So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Isaac Online. Das letzte Mal. Für immer und ewig. Nein, vielleicht spielen wir noch eine Runde auf. Wir können mal bitte fahren und like sein. Das hat eine schöne Locke. Ich bin Mili-Bone-Mann, der Knochen aufladen und werfen kann. Genau. Und like sein, ist das... Ach schon, ich kann irgendwie... Oh, ich bin Geist. Ich bin ein Pirat. Ihr Körper ist immun dann, oder? Dann kann ich so als Schild auch nehmen. Ich glaube, ja. Cool. Wie sind deine Stats-Nefarios? Äh... Ja, geht. Ausgeglichen. Das war ein... Trinket? Ich bin doch ein Herz mehr. Ja, ich bin... Ich glaube, das war Trinket-Space, oder? Trinket-Space. Ja, das ist ein Trinket. Der betrifft meinen Knochen, auf jeden Fall. Ich dropp den mal. Halt schon gedrückt. Wie ist denn... Ah. Das ist halt ein Range-Jub. Das ist halt super gut für mich. Okay. Aber er macht jetzt sonst nichts. Fire-Raid wirkt echt schnell. Ja, ich bin ja eben. Ich habe mit diesem... Number One-Item gestartet. Achso, okay. Number One. Ja, willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da liegt Rubber-Tiers, oder? Ist das Rubber? Rubber-Schmubber? Weg. Rubber-Cement, genau. Bouncing-Tiers. Ja, das ist es. Über die habe ich letzte Folge geredet. Lo-o-o-o. Ihr müsst die letzte Folge gucken, um zu wissen, wo es da ging. Letzte Folge besteht aber zur Hälfte aus rumstehen. Was ist der heutige Plan? Was brauchst du auf deinem Start noch? Hell- und Dunkelweg, ne? Kann sein. Ich habe nicht geguckt. Also ein Basic-Weg. Wir gucken, wie stark wir sind. Ich würde echt gerne die Karte mitnehmen. Da muss man die scheiß Räume nicht die ganze Zeit suchen. Ich hätte gerne... Ich habe ein Book of Secrets, also... Vorsicht! Oh ja. Ja, erst den Goldschlüssel und dann öffnen. Money. Two of Spatz. Two of Space. Spatte. Aber warum ist das? Wir haben auch einen Geheimraum, oder? Kannst du nicht die Karte in der letzten Runde noch holen? Leiksa, du hattest doch eine Tour of Money. Ja, stimmt. Warum kann man die nicht in die nächste Runde mitnehmen? Äh, Geheimraum. Ich würde sagen, rechts von uns. Ich weiß nicht, wo ihr ihn wollt. Hier kann er nicht sein. Hier ein Geheimraum. Ich bin aber ein lustiges Skelett. Bumm. Oh, Bumme. Kein Geheimraum. Da kann ich sein. Also unter uns ist er nicht. Kann er links von ihm sein? Er kann zwischen den beiden Räumen hier sein. Naja gut, aber das ist... Er kann genau so hier sein. Oder rechts von Schock. Oder... Ja, ja, das ist ja super. Wollen wir das... Gibt es uns das nicht sogar für Münzen, das Item? Ich gamble. Das ist gambelt. Easy. Ja, Gamba. Ich... Lass mich, lass mich, lass mich, lass mich. Ich hab die gegessen. Ich brauch's nicht so viel Speed. Ich hab positive Film-Effekte. Ich hab Haare. Ihr komischen Menschen. Ja, Leica, du nimmst auch immer alles, obwohl es nicht efficient ist. Also eigentlich bin ich der Einzige, der alles nimmt. Lügen. So. Wollen wir das sieben? Item-Cons gibt uns fünf Münzen, wenn ich mich richtig erinnere. Fünf Münzen? Ja. Nice. Cash. Jetzt keine Schlüsselprobleme. Wir können ja... Kannst du Tour of Space eigentlich einsetzen. Okay. Tour of Space. Was, wenn Schlüssel-Battler kommt? Wir brauchen unendlich. Unendlich. Ja, also mein Dude kann nachher. Ich bin bestimmt einen Skeleton-Key. Lefarius spielt den Dude, der random Stats hat. Und Lyxar ist Lyxar. Ich bin ein Gamma-Misch. Das ist der neue Charakter, Lyxar. Den kann man freischalten. So, ich soll in irgendeinen Gegner reinlaufen. Wird mir gesagt. Lyxar, das kannst du haben. Oh, okay. Der Schlag hebt's auf. Das Damage. Ja. Hab ich mir gemerkt. Wie angry ich gucke. Oh, ich hasse Geld. Jeder Rund besteht nur noch aus Geld. Wenn du ihn wirst, bist du nicht angry. Ja, kurz. Zumindest beim Schlagen. Der blinkt kurz. Hier. Hier sieht der Geist aus. Oh, ich hasse. Okay. Gehen wir weiter. Er likes as Cain. Bei Cain hat ein bisschen mehr Glück und alle Pillen sind immer gut. Genau. Und er hat den Fuß und deswegen ist mein Gambling besser. Nice. Ich habe auch Füße. Aber nicht den abgeschnittenen Fuß von irgendeinem random Kind. Komm dich. Okay. Ich sag, kein Kommentar. Äh, Zombie mit dem Fliegen kannst du da rein, ohne Schaden zu nehmen, glaube ich, ne? Ja. Wah. Okay, äh, ich geh raus. Zumwert, Bonehards. Warum gibt's Zumwert nicht raus? Weil ich nur Bonehards hab. Das ist mir wichtig. Das ist meine Freunde. Ja, aber ist das nicht trotzdem Red Heart Damage dann? Ja, aber es zählt nicht für die Chance. Sorry. Sorry. Oh mein Gott. Da ist es. Anstatt, dass du fliegst. Aber, da, komm, wir holen den Herz, Zombie. Ich hab im Shop geöffnet. Da, nimm das Herz. Dahin fliege ich. Als ob ich mich an das Fliegen erinnere. Bro. Wir sehen den Geheimraum. Eraser. Äh, ja, Zombie, möchtest du mit deinem fliegenden Charakter das Herz kaufen? Okay, du kannst es einfach so direkt kriegen. Den Geheimraum. Ich glaub, ich kann keine blauen Herzen haben. Nur der, ja. Aber der Geist kann sterben, ne? Dann bin ich einfach weg. Ist nicht so gut. Das ist irgendwie, ich hab nicht ein Item. Komm, wir sprengen den Typen mal. Ach, Sonde. Das ist, glaub ich, der einzige Charakter, der nach Launch kam, der cool ist. Ja, also, ja. Nee, Asaziel war auch cool. Tainty Keeper zum Beispiel ist auch cool. Also es gibt ein paar, die... Nö, der hat so wenig Leben, der ist langweilig. Ich will 50 Mal den Gegner reinrennen, dann hab ich Spaß. Das ist Spaß. Hast du gesehen? Du kannst halt super okay werden mit dem. Ich spreng hier. Vorsicht. Komm. Welch gute Bombe. Nefarius. Uh. Gleich soll doch die alle essen. Mmh. Lecker. Bobertee. Tissab. Hemmert hier beim Bus. Nicht so lecker. Ich bin ein halbes Herz echt schön gewesen, dass ich nicht mit einem Herz, mit einem Treffer mein Herz verliebe. Ja, aber egal. Jetzt kann ich den Gegner reinlaufen und den verliefern. Okay. Oh nein. Der ist auch in seiner Geist. Oh mein Gott, der kann lasern. So, wann kann das Baby lasern? Das ist das alles, was das Baby kann. Oh mein Gott. Das Baby kann nur lasern. Aber das verfolgt einen doch immer. Da ist dein halbes Herz. Ne, das war ein anderer Boss. Ich hab's gesagt, ich hab's gesagt, ich hab einen anderen Boss. Ja, aber der ist ja ein Reskin von dem, so gesehen. Das ist HP. Ich bin keine Mare, Leute. Ja, das bin ich. Ich nehm Lack-Sachen. Ist eigentlich ganz gut, oder? Weil ich hab ja nur einen Angriff. Ja, roter Knochen. Den Stairway zu bekommen. Also das hast du letzte Runde freigeschaltet, aber es halt... Wo ist der Stairway? Äh, Angel Deals. Das ist ein sehr gutes Item. Das ist ein roter Kreis. Ach, Morph the Void. Oh mein Gott. Was ist mit mir passiert? Du hast ein kleines Kind an deinem Backen und das ist ein richtiges Metal-Band. Zwei Obdachlose und der Dämon. Boah, Mittel, Leute. Äh, Shop haben die alles? Haben die Zeichen? Ja. Likesa, bist du ein Gambler? Ich bin Gambler, ja. Willst du deine ganzen HP oben in den Sacrifice-Room geben und dann mit Sonne deine HP vollheilen? Das hätten wir vorher machen müssen, dann hätten wir ein Angel Deals bekommen. Was bringt uns das jetzt? Du hast eine Chance auf ein Item? Ja, Item. Und wir kriegen die Schlüsse. Boah. Die kriegen mehr, habt ihr Pro-Ebene wohl sind, oder? Wie funktionieren die eigentlich? Ich bin der Gambler. Hm. Warum und likest du eigentlich die Soundprobleme dieses Mal? Ich hab Soundprobleme. Ich liebe es. Ich hör meine Sound... Ich hab Soundprobleme. Tut mir leid. Ja, ist gut. Ich hab nichts geändert. Ach, bless. Let's go. So. Money. Cash Money. Los, löst die Karte ein. Was sagen? Big Cash Money? Boah, ist nämlich Knockback-Tier-Song. Lounge-Bick. Was darfst du haben? Soll ich noch mal reinlaufen? Guck mal, Freunde. Ich geh mal auf den Raum raus, ne? Okay. Das war mein Plan. Ähm. Ähm. Ich lauf noch mal gegen. Oh Gott. Äh. Oh Gott, der pusht mich. Der pusht mich. Oh mein Gott. Ich verprügeln. Ich verprügeln. Ich hoffe, mich reinzufliegen, Jogger. Ich muss in den reinlaufen. Ich muss in den reinlaufen, um ihn zu vergold... Äh. Oh mein Gott. Das war das Herz sowas von wert. Samuel, würdest du noch mal reinlaufen? Ich verhalte. Nö, würd' ich nicht. Also, das nächste sind entweder sieben, äh, Seelenherzen. Was denn? Boom. Sieben Seelenherzen oder 30 Münzen. Also, wir müssen... Ja. 30? Das sind doch niemals 30. Doch, doch. Was sind 30? 30 Münzen. Ja, einer von euch den Schlüssel. Ich nehm jeden D4, den ich sehe halt, ne? Ich bin ein Risiko. Äh. Komm, wir holen dir einen D100. Äh, wir haben 69 Münzen. Ja, aber wir können ein bisschen ein Herz kaufen und dann... Defarius, wärst du so freundlich und würdest dein... Das ist sick-Item, by the way, mal erklären. Äh, du meinst den Kreis? Ja, ich charge. Und dann hast du einen schwarzen Kreis. Und dann mach ich... Äh. Okay, alles cool. Wollen wir Gegner löschen? Nö. Willst du Gegner löschen? Ist das irgendwie useless, oder? Oh mein Gott, der war's. Go, go, go. Wir können wirklich noch Gabriels haben, dann nicht... Ich drück einfach Algis, damit ich leben kann. Ach, du hast eine Algispille? Oh, das ist ein Eis. Das ist keine... Wollen wir den noch sprengen? Das ist eine Rune. Komm mal. Komm, wir sprengen den. Cool. Das ist eine Rune. Okay, jetzt kommt ein... Dauber Boss. Es ist schön, dass ihr hier so Sachen seht. Weißt du, ich hab 500 Folgen eisig. Ich hab diesen Raum nie genutzt. Ich hab da wahrscheinlich irgendwie von meinen 700 Stunden Runden da drin verbracht, um diesen Raum zu benutzen. Nö. Ich brauchte das Leben, um in den Gegner reinzulaufen. Ich mach das halt meistens auf der ersten Ebene und dann hab ich Erfolg. Guter Spawn. Aber... Aua. Hat er mein Herz gelöscht? Das ist doch ein gutes Alte. Der hat ein komplettes Herz gelöscht, der. Ne, ich hatte, glaub ich, noch Schaden halt, weil ich ein Rotes hätte aufheben müssen. So. Perfekt. Gut, wir sind fertig hier. Ah ja, endlich zu Mega-Satan. Da will ich immer hin. Komm, wir laufen nochmal über die Stacheln. Wer würde sowas denn tun? Also dieses Boom, was ich da oben hab, sprengt mich gar nicht selber. Ne, das ist der Bombenbill, den du meinst. Okay. Du kannst deine Bomben einfach manuell auslösen. Okay. Alles Gärchen. Ich hab mir mal Dead's Key genommen, um zu Mega-Satan zu gehen. So. Mir geht's nicht so gut, aber das ist okay. Oh, no, 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 no. Oh, guck mal. Guck mal, was das für ein Raum ist. Yo. Money. Ja, ja, ja. 14 Mal reinlaufen. Wir bräuchten irgendwas, was halt die roten Herzen-Drops erhöht. Wir brauchen für einen kleinen Game-Break wieder. Aua. Vielleicht nur noch mein Herz. Nö. Aber irgendwie ist heute Isaac Leggier bei mir. Du bist immer noch Host. Ja, deswegen. I don't know. Oh, ja. Okay, aber ich will eigentlich normale Herz. Oh, hält's ab. Ich will da rein. Oh, mehr Seelenherzen. Ja, Schaden. Vielleicht Herzen? Seelenherzen? Ja, genau. Wie gucken wir's denn jetzt genau? Okay, das ist Mr. Me. Wenn du schauen willst, dann sehen wir jetzt trocken, glaube ich, oder so. Da wurde ein paar Mal gehört. Wir fahr' uns erst mal das Herz nehmen. Wirklich? Ja. Warum kann ich hier ne Kiste haben? Mr. Me? Das ist Mr. Me, der ist super cool. Snake Mr. Me. Mr. Me. Seh. Wenn du möchtest, kannst du Mr. Me jetzt auf die hier. Setz dich mal hier drauf. Oh. Wie drauf? Okay, du hast die Bombe geklaut. Der macht Sachen für dich. Der kann zum Beispiel, der hat ne Chance, kostenlose Szenen am Shop zu holen. Der hat ne Bombe. Wenn du dir jetzt auflegst. Der hat die Arme auflegst. Der hat die Arme. Oh mein Gott, er hat's geklaut. Das ist ne Box. Double your friends. Ich hab keine. Hab euch keine Freunde. Also, vielleicht könnte ich euch damit größer machen. Two of Diamonds. Two of Diamonds. Oh mein Gott. Ich geh mal mit. Äh, mein, die Teebox. Oh. Da hast du ne Geheimdiener. Ja, möchtest du Mr. Me oder Tee? Ja gut. Ich nehm Mr. Me. Mr. Me, das klingt lustig. Mr. Me kann, der kann zum Beispiel, glaube ich, auch die Megasatantür aufmachen. Geld für Geld. Glaube ich. Ja. Ich spreng. Ich würde hier mal sprengen. Ja. Wir hatten doch auch einen Raum, wo... Ah. Like, der Airbusch. Sorry. Ich hatte zwar Trank gezahlt, aber nur. Letzten Mal. Oh ja, du hast den Bellybutton. Ja. Was wolltest du sagen gerade? Wir hatten den einen Raum, wo man auch mit Fliegen nicht hin konnte, ne? Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. In einer Folge. Sehr vage vielleicht. Nö. Das kann zum Beispiel nur durch Mr. Me. Das kann nur durch Mr. Me geholt werden. Ne, es gibt mehrere Items. Nur durch Mr. Me. Mit dem Hümpel-Item noch, oder? Es gibt, glaube ich, die Moving Box, die kann das auch. Ich bin mir nicht sicher. Die Moving Box? Ja, das könnte sein. Ich glaube, ich habe mein Herz verloren. Passiert. Spinnen. Oh mein Gott. Der Kreis macht ja gar kein Damage. Den haben wir hart genervt. Ich bin einfach in die Spinnen reingelaufen, weil ich dachte, das würde ich schon töten. Das hat sie nicht umgebracht. Früher hat man damit auch noch schwarze Herzen erzeugt. Ja, oh, das war immer schön. Oh, ja. Viel Spaß, Laixa. Gib mir eine Full-Health-Pille. Bombs are key. Ist in Ordnung. Speed up. Cool. I can see forever. I can see forever. Uh. Na nett. Sehr gute Pillenmenge bisher. Ich glaube, wir haben fast alle durch bis jetzt. Der Karakel ist echt schnell, aber das Problem ist, dass ich durch den Online-Deck überhaupt nicht so dieses schnelle Umdrehen von einem Gegnern hinkriege. Äh, Miniboss? Ja, lass einen Miniboss machen, anstatt den der vier Items gibt für uns. Nice. Miniboss. Dann kann ich auch gleich reinfliegen. Ja, obwohl. Wir haben so viel HP, das sollten wir uns total gönnen. Oh mein Gott, ey. Mr. Me, Attacke. Kann er überhaupt angreifen? Ich überlebe das halt einfach nicht. Ich brauche dein Einwählfahrer, das überlebe. Aua, der hat mich angespuckt. Was ist das für ein Horrorraum? Das war ganz schön schrecklich, das Ding, ja. Ich habe gerade eben gesagt, ja, ich kann ja noch mein Seelenherz opfern, um aus dem Raum rauszukommen. Das hat sich geklärt, glaube ich. Den lassen wir dann einfach mal. Ich würde ja tendenziell beim Boss Bomben nutzen, aber es ist zu dritt wahrscheinlich eine ziemlich dumme Idee. Seelenfrieden wiederhergestellt. Ich werde heute schon mal eine kurze Folge. Oh nein. Oh mein Gott. Das sind Devil Items, aber es ist hart, da hinzukommen. Aua. Nee, nicht auf mich. Hör das, äh. Einer ist weg. Tö, wie er zu mir guckt und dann auf euch schmuckt. Ich hasse es. Ich lebe wieder, cool. Ich kann es nicht mal aufhören. Ja, Lexa, du hast die Box, ne? Ich habe Box. Du hast keine Herzen, Zobel. Du bist voll. Ich was? Ich habe es ja nur durch die Gegend geschlagen, weil es lustig ist. Ich will Tup eigentlich nicht nehmen. Tja, aber es sind Herzen. Okay, ich wollte Tup nehmen, hatte ich geklärt. Ja gut, du hast T-Raid schon bekommen, dann kann ich das nehmen, ne? Jo. Ich habe zwar keinerlei Range mehr. Was macht immer den Knochen größer? Was macht immer den Knochen größer? Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Äh. Mr. Flieger. Kommen wir nicht dran. Ich kann ein bisschen gegenhauen, vielleicht. Nee, Mr. Flieger hier drüben. Münze. Danke. Wo ist unser garantierter Devil Deal von Likesa? Nee, der Drop Devil Deal. Ach so. Meistens besser als ein garantierter Devil Deal. Nee. Ähm. Der Devil Deal kann mehr Items haben. Aber ich würde ein... Ich würde in den Sacrifice-Room actually gehen. Zombie fliegt rein. Das ist wahnsinnig. Ja, aber... What? Warum nicht? Es ist ein halbes Herz. Wir sind eher verzweifelt. Warum gehen wir da nicht rein? Warum tun wir uns nicht noch ein halbes Herz Schaden machen? Ja, das ist ein halbes Herz. Trollbomben drin liegen wieder. Nee. Ihr seid nicht die wahren Eisergespieler. No risk, no reward. Ich hau nur die Herzen, die rumliegen. Mr. Flieger. Gut geflogen. Danke. Da ist schon wieder einer. Not again. Oh mein Gott. Alter, let's go. Nee, danke. Kann ich die Herzen rüberholen mit Mr. Meeseeks? Äh, ich glaub, der kann die nur auf... Ich weiß nicht. Okay. Ich will... Zombie, du musst es aufheben. Da dürfen wir eh nicht rein, ne? Ja, aber Zombie sollte doch die Coins aufheben. Ich spiele Money. Ja, Money sind wir eh voll. Nee, wir haben two... Two times Money. So, den kann ich boxen. Oh! Guck dir, hör mal ein Wurm durch die ganze Map. So, die Träume sind gefunden. Oh, ich kann die einfach aufhauen. Hätt mal das hier. Oh mein Gott. Wie ist der? Mr. Flieger. Arbeit. Oh. Kompe. Gameplay. Loot. Get. Yay. So. Secret Roma haben wir gebreitet und gefunden. Das ist gut. Ja. Boom, boom. Boom, boom. Pilz. Was ist? Puberty. Warte. So, jetzt. Alles einmal durchgecycelt. Ich wollte es gar nicht aufheben. Pang. Headshot. Pang. Körpershot. Schub da wo? It's so useless. Vielleicht hätten wir einen Reroyer oder so. Ja, aber der hebt es übrigens aus, sonst ist es aus dem Auto, sonst ist es aus dem Ironpool raus. Okay. Dann läuft es nicht raus. Wir brauchen für Zombie ein halbes, ein rotes Herz, sonst ist Zombie gone. Ja, da oben liegt doch, oder nicht? Oh ja, genau. Überall Geld. Das ist das Einzige, was rumliegt, ja. Ja. Hol's mal. Du kannst doch fliegen, oder nicht? Ich kann ja, ja. Oh mein Gott, er kann es wirklich holen. Aber das hat Zombie jetzt Frage beantwortet. Ich habe die falsche Schulter, das ist ja nur gedrückt. Aber da war er eh da. Nein, das war Game-Test. Oh, wir können doch die Pilze strengen. Und hat mein Knochen jetzt nicht auch noch einen Treffer? Also eigentlich hatte ich zwei Treffer sowieso. Glaube ich. Die wollte ich nicht so platzieren, aber hat gereicht, okay. Oh nee. Deswegen sind wir hoch. Ja, zu mir. Vorsicht. 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 Kannst du nicht statt Vorsicht einfach sagen, was du machen willst? Ja, ne? Ich werde jetzt diese Pilze sprengen. Vorsicht. Man. Einfach mal Vorsicht sagen. Dann will ich Leute, wenn ich das auch möchte. Ich werfe nur noch meinen Knochen, bis ich irgendwie HP habe. Kannst du dein endloses Abendessen mal wieder bekommen? Das wäre nett. Aber das sind sehr, sehr leise. Verdoppel mal unser Geld. Ich mag Pillen. Ich will nur den Typen sprengen. Okay, okay. Ah ja. Und jetzt kannst du Money verdoppeln. Genau. Ja, das ist ja für dich insane. Ich sehe den Likes aber nicht mehr. Damit kann man eigentlich durch welche Sachen durchfallen. Naja, das möchte ich nicht. Ähm, Active Item Users. Ich habe Active Items. Mein Book of Secrets ist halt eh immer so ziemlich ab. Beat the Juice. Aua, meine Augen. Ich war mal so glücklich. Passt. Wollte eine Angel Room, äh, eine Chance haben. Nicht Angel Room. Devil. Alle Tumore weggeprügelt. Ja. Gamba, ich habe Gamba. Gehämpel. Likes, da muss Gamba. Ich muss Gamba an. Please let me do my job. Oh mein Gott, Chutterschwend. Das nehme ich glaube ich. So. Impritz. Schariot. Bisschen Versterblichkeit nehme ich mal. Besser, ihn zu Gamba erst mal. Oh, das ist ja ein Dude. Alter, Leksa, eine Sandkarte. Wir könnten in den Sacrifice Room gehen. Ja, hier ist Secret Sack. Sehr gut. Ja, wir gehen gleich in den Sacrifice Room, würde ich sagen. Ja, Sacrifice Room. Sacrifice. Mh, lecker essen. Folg dem Zebra. Oh, das Stromkabel nehme ich. Mir ist egal, was das macht. Der Popel ist auch nice. Das geht zwischen uns? Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Popel, 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 Popel. Der Popel macht das, was du lässtest. Ja, und stinkender Penny. Sack. Der legt viel zu viel Zeug. Ich kann es auch überhaupt nicht zuteilen. Eins kann ich nehmen. Äh. Eins kann ich nehmen. So. Was macht die Karte? Oh mein Gott. Das ist ein Range-Ding, oder? Das ist, das macht. Nee, das macht kein Range. Schießen in die Richtung. Ich mag Money. Okay, will jemand das Starterkabel nehmen? Und ich nehme einfach beide Pennies. Wenn ich Geld aufhebe, kriegen wir Fliegen und mehr Geld. Ein Mr. Money. Ich brauche halt die Range, sonst kann ich halt nicht angreifen. Ich brauche halt nur Trinkgeld. Okay, scheiße. Ich bin jetzt halt ihr Roboter geworden. Dann nehme ich einfach den mit. Aber ich mag mal viel. Das Einzige, was durch passiert mit dem Penny, ist, dass du irgendwie pupst, wenn du Konzer aufhebst. Meine Mitspieler lecken beide in Discord. Die Hölle. Ja, ihr legt bei mir auch. Ich auch sehr. Der Penny pupst. Ich dachte, der macht schon halt irgendwas mit Fliegen. Deswegen dachte ich, der macht Fliegen. Das hier ist ein gutes Item. Der, der, ich weiß nicht, was ist das? Die Nadel. Nur der ist langweilig. Der macht nur, dass die Tränen mehr fliegen. Warte, lass mich den guten Penny hier wirklich liegen. Wir sind, wir waren mal voll mit Geld. Wir sind ja echt komplett leer. Wir haben alles weggegambelt. Ich bin lieber useless, als das Geld liegen zu lassen, ja. Okay, äh. Was ist Kämpfen? Ich bin einfach nur Geld, Mann. Es ist Gammata. Hallo? Nur gucken. Was willst du jetzt? Warte, warte, ich könnte mir noch die... Ah, ne, wir haben kein Geld. Was gambern wir? Gehen wir da rein? Äh, auch ja. Oh, Trollbomben. Ich weiß noch, als man da immer... Hui! Uuuh! Spade? Wollte ich nicht. Zombie, du hast keine Leben. Ich weiß. Ich würde es gerne aufheben. Ja, ich bin eh Melee mittlerweile durch meine Range. Also... Tja, dann... Viel Spaß. Lock doch Schüsse ab, ist doch gut. Macht halt auch sehr viel Schaden. Ähm... Ja, ich kann rausgehen, weil ich eh jetzt in den Stamm gelaufen werde. Ich ziehe nicht als Gamba an in den Sacrifice-Raum, aber jetzt verstehe ich, was du meinst mit Gamba. Keine ist es? Joa, die haben gleich eh Trollbomben. Die Homies kommen gleich sowieso. Boah, ich will ne Beschäftigung haben. Was ist denn? Warte? Du hast mich gerettet. Du hast mich gerettet. Das... Hätte ich gerne unternehmen können. Die Gegner hat gerade geschossen. Ja... Das Geld hat ne Pharis jetzt aufgehoben, ne? Vorsicht! Wo man extra das mitgenommen hat. Klar, hat Pharis das aufgehoben. Geh raus hier. Jetzt noch einmal. Ich bleib aber wacher als... Oh mein Gott. Okay, danke fürs... Nimm du ne Pharis. Also ich würde jetzt eins noch aufteilen. Was heißt aufteilen? Du hast aber grad sieben Stücke aufgehoben. Ja. Ne, nimm ne Pharis. Du kann... Bleib aber als Geist. Ich bin aber eh jetzt stationär nutzlos erstmal. Also du kannst glaube ich noch eins mehr haben. Du kannst halt nur ne halbe Leiste haben, sorry. Joa. Aber warte, stopp. Dürften wir jetzt nicht in den Ultra-Battle-Raum oben rein? Von unseren HP her? Nö. Das haben die irgendwann mal noch schwerer gemacht da rein zu kommen. Ich glaube man darf generell nur ein halbes Herz oder ein ganzes Herz haben. Achso. Jaja. Schade. Tolle Änderungen. Danke. Gut. Ich darf nicht mehr weg von der Tür hören. Oh lecker. Den Raum, den man einfach nur noch... Ja, kommt das Herz. Oh lecker. Keine Karte. So. Jetzt kann langsam wieder alle Herzen haben. Da oben noch irgendwas wichtig ist. Da kann ich aber wieder rumlaufen. Cool. Weiß ich nicht. Da sind noch 100 Items so in dem Raum. Ja. Passt schon. Wir sind alle... Oh Gott. Wir waren noch nicht hier drin. Peep Time. Boah ich... Ich stelle mich hinter... Wenn du in Beschlusse kommst, kannst du auch hinter mir in Deckung gehen. Du pass. Ich bin ne Barrikade. Ja. Das ist okay. Wer hat Marmite im eins. Äh. Ich habe Marmite im eins. Äh. Äh. Mother. Was habe ich noch? Was habe ich noch? Endlich ist Lykza wieder die Mother. Du hast irgendwas auf der ersten Ebene. Yes. Äh. Ja ich meine Faris. Nehme ich gerne hier. Ach doch das geht auch. Genau. Dann mehr Lack für dich oder Lykza theoretisch. Also ich habe 5 Lack. Ja Lykza. Nimm. Aber Lykza hat noch keinen Tränen Effekt. Ich muss ja auch mal gucken, dass er einen findet. Ja, das wäre schön. Loki Horns oder so wären sick. Jo. Mein Arbe-Skelett ist aber komplett verprügelt. Ja. So, erstmal Book of Secrets. Okay, wir haben eine Map. Cool. Ist ja nicht so viel. Hallo. Ich muss mehr an Mr. Me denken. Da, für Lefarius. Ja gut, ich soll nur fliegen. Mr. Me hol die Kiste. Äh, fliegen. Fliegen. Ja, du oder ich, Lefarius. Oh. Okay. Ja gut, jetzt kann ich natürlich nicht mehr. Ich muss halt nah an den Gegner irgendwie rankommen. Ich brauche halt irgendwie irgendwas. Alles gut. Ja, danke. Dankeschön. Bitteschön. Ich gehe rein. Ja, komm, fliegen hier. Oh, ich bin klein. Oh, ich bin hier nicht mehr klein. Ich habe hier genug. Nope. Klein für einen Raum. Der Traum. Ich laufe dann wieder in irgendwas rein. Wenn mein Knochen leer ist. Kann ich sehen, was es ist? Ich kann es hier rausholen, tatsächlich. Ich kann eine Bombe in die Mitte legen, weil drei Köpfe. Äh, Speed Down ist für dich Speed Up. Ja. Bitteschön. Das ist wunderbar. Damit da linken müssen wir eh sprengen. Musst du sprengen. Ja, ja. Nice. Das war sehr try, hat er die Bombe noch mal ranzuschieben. Ja, ich habe Angst. Ultimate Gold. Eine Kiste. Ja, ne? Krieg, ne? Gut. Mein Geld, Alexa. Ich vergesse es jedes Mal, man. Bei jeder einzelne Bänze. Gib den Cancer her. Du kriegst... Du kriegst... Ich behalte mein Cancer. Ich möchte meinen Gräber halten. Oh Gott. Judgment. Gamba. Gamba. Oh, ich nehme gerne einmal Strom. Ja, ich brauche auch mal Strom. Ich habe gerade nur gehört. Obwohl, du kannst noch den Super-Siegel-Strom ausdecken. Ja. Strom. Die Gritraum. Nichts. Ne, den hatten wir schon. Wegen meinem Orb. Oh, okay. Falls du nur noch den Super-Siegel-Strom aufdeckst. Hast du gut gemacht, Farius. Bombe! Dankeschön. Ja, es sind Bomben aus der Kiste gekommen, aber dann habe ich gesehen, dass Langsad da sprengt. Ich spreng einfach gerne. Gefahr oder Bombe als Wort, wenn du was sprengst, reicht nicht. Bombe! Bombe! Ja, ich komme da niemals raus. Warum reicht das nicht? Nefarius? Ich nehme das Gammelherz. Bombe! Bombe, man! Mr. Me? Nee. Crossblast. Ah, das ist der Crossblast. Yo. Ich sehe so cursed aus. Big Boy Boo. Ja, die schönen Kreuzbomben. Da ist ein blauer Stein. Ich mache das, keine Sorge. Mach Bomben! Oi, 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 oi. Ja, könnt euch. Farius? Also, HP-Technisch sieht es irgendwie echt gut aus gerade. Ja, durch den Sacrifice-Bogen, ne? Ich hätte gerne noch ein Knochenherzen, tatsächlich. Likesa, ich trade. Du kriegst deine Pille und dafür trägst du die Münze, weil du immer das Geld aufhebst. Holt ihn noch. Nein. Ja, dann kriegst du den Knochenherz. Ich kriegst du den Knochenherz. Ich kriegst du den Knochenherz. Halt stopp. Halt stopp für Zombie. Du kriegst deine Pille trotzdem durch. Ja, ich brauche sie auch nicht, weil ich gucke auf meine AP noch nie so gut running gehabt. Mal schauen, wie schnell alles weg ist. Ja, das geht ganz schnell, wenn wir den nächsten Sacrifice-Room finden. Kiste. Warum kriegen wir eigentlich in jedem Raum gerade eine Kiste? Weil ich sechs langer Waage. Das kann ich aufhören. Ja. Weil ich sechs Lack habe. Und ich glaube, Maximum ist zehn für die Küsten, wenn ich mich recht erinnere. Dann kriegt man mehr Lack. Ja, wir arbeiten gerade. Okay. Kaste aufgehoben. Das war knapp. Ah, mehr Münzen für Nefarius. Ich sammle schon mal, da kann keiner klauen. Da. Hilfe. Hilfe. Oh, no. Quatschen. Das ist dieser Strom-Effekt. Der macht nicht. Ja, jetzt haben wir den mega-Geheimraum. Oben. Ach, Gott. Weißt du, da habe ich meinen Mr. Meeseeks und dann kann ich den nie einsetzen. Das ist irgendwie so. Ne? Kannst ja versuchen, den nächsten Devil-Deal zu klauen oder so. Okay. Wenn ich dran denke. Wir haben gerade 100% schon gesagt, wenn wir so viel Leben haben. Ja. Alter. Ne, ne, Zombie. Ich habe genug Leben. Ich habe mal voll gemacht. Ja, ja. Ich bleibe jetzt aber in der Geisterform. Sorry, sorry. Ich dachte, du warst schon faul. Ja, wir haben jetzt ein halbes gefehlt. Ja, rechts. Obwohl, eigentlich können wir jetzt zum Bettler da runter und gucken, ob wir seine Batterie haben. Ja, lass aber weiter. Okay. Strom, schmurm. Wir werden sowieso schon immer so lange. Ja, irgendwann müssen wir mit Dingens den Dings Rush machen. Mit Dingens den Dings Rush. Verstehe. Wo, ob? Oh, ich weiß nicht. Vielleicht, wenn wir eine Mama Mega finden. Ne, wir gehen einfach von Anfang an schnell. Pain. Ist das Moody? Noch nicht. Welchen Charakter habe ich letzte Folge gespielt? Mit dem, ah ja, mit dem, mit den Brothers da. Iden und Jagdsau. Jakob und Esau. Fast. Deine Aussprache, Lexau. Hab der Match. Jakob und Esau. Oh. Hat war dem Spiel aber egal. Auf Deutsch heißt es halt Jakob. Du würdest vielleicht auf Jakob sagen. Esau heißt es. Hallo, Esau. Ich erinnere mich noch gestern an Esio. Ich habe in der ersten Folge mich schon gefragt, dass Likes irgendwas an dem Namen falsch sagt. Aber mir ist nicht aufgefallen, was. Deswegen habe ich es nicht angemerkt. Das ist ja nicht schlimm, oder? Nö. Also heißt es dann auch für dich Jessos? Jessos. Es ist Jessos. Ich erinnere mich. Ja, ja. Ja, wir haben Fortnite gespielt. Ohne euch Zuschauer. Fortnite ist mein Leben. Oh mein Gott, was ist das denn für ein Angriff? Der Boss hat noch nie so lange gelebt bei mir. Ich brauche Range. Oder warte, wer hat Marm? Wer hat Marm? Vielleicht ist schon Marm. Ich habe hier schon. Oh mein Gott, wie schnell der Junge ist. Oh mein Gott, happy Regeneration. Ja, das ist eigentlich ganz gut. Ist das eine Regeneration? Schau mir, du darfst mit Mr. Me den Devil dir klauen. Das ist kein damage. Oh mein Gott. Ich klaue das, egal was es ist. Nein, das möchtest du nicht. Ich weiß, ich will es aber haben. Mr. Me dahin. Was ist das? Ist egal, der legt das eh nur hin, glaube ich. Nein, nein, nein. Ah, ah, ah. Ja, ich habe die meisten roten HP. Das ist schmerzhaft werden. Aber wir haben ja über HP und ich verliere die von gesprochen. Das funktioniert jetzt. Okay. Was macht das? Siehst du jetzt. Siehst du jetzt, ja. Ach, jetzt direkt, okay. Ja, guck einfach zu. Ich habe doch auch Knochenherzen in jeder Ebene, die ich immer wieder neu auffülle. Ja, guck mal auf Likes das HP. Ich verliere es nur, aber. Aber wegen Gimpy ist halt nass. Wir haben, wir haben die Fahrer, das können die, ne? Ja, das können die, ne? Ja, voll. Ja, ich auch. Und Likes, da schieß mal Tränen. Wie stark bist du jetzt? Ui, ui, ui. 10,9 Schaden. 4,86 Tears. Ja, ist deine Herzen, aber strong. Cool. Mit dem Black drauf, das ist ja eh alles ohne Ende. Likes, du hast nur Wins aufgehoben. Temperance, Zombie. Du hast ja gerade große, obwohl, ich weiß nicht, wer soll da Temperance spielen? Der stellt die doch einfach hin. Ich habe genug Appell. Ich mache kein Glücksspiel. Ich kann der Raum so lange aktiv sein, wenn Likes da so stark ist. Ja, weil die immun sind. Warum macht der nicht auf? Hallo. Hier wegen dem Elektro, was ihn berührt, ja. Hab ihn. Gut gemacht. Und dir schon? Ja, das ist ja beides. Möchte einer reinfliegen? Ja. Wenn du so nett fragst. Dankeschön. Oh, was? Gott, wichtbar. Oh Gott. Boom, boom. Alter, luck ab. Schmal. Schmal. Look. Let's go. Ich habe gerade kurz überlegt, meine Chariot zu nutzen. Das wäre smart gewesen, aber. Da ist die Hand. Es ist das Böse. Oh ja. Missing Poster. Geh mir weg mit Lost. Ich kenne die Strats. Unbekannt. Hallo. Wird er es riskieren? Hallo. Oh, no, 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 no. Wir müssen da gleich wieder rein. Die gehen nicht weg. Ich weiß. Ja, erst mal einkaufen gehen. Ah, hier ist das richtige Item. Mr. Missing ist noch nicht ready. Kriegt man irgendeinen Boni, wenn man die Träume ab durchlaufen lässt beim Ebenenwechsel? Nö, du kriegst halt ein halbes blaues Herz. Ich sprenger. Wie man sieht was. Du siehst, was im goldenen Raum ist. Aha. Kaufen wir das? Eigentlich. Kauf die Pille. Huh. Yay. Ich weiß nicht, ob du die jetzt auch hier auf der Ebene schon einsetzen hättest müssen, aber. Sparen wir uns eine Bombe. Wir waren noch nicht in beiden drin. Wir haben auch echt so wenig Bomben, hast schon recht, ja. Ja. Ich hab's schon wieder vergessen. Mein Tier scheidet einfach weg. Warte, da war eine Temperance-Karte da unten. Warte, die fallen? Was hab ich denn aufgenommen? Funktioniert Algis mit Temperance? Äh, ja, müsste. Du brauchst das Einhorn. Oh, mein normalen Herzen weg. Der Chariot funktioniert auch. Gleich werf ich meinen Boomerang da durch. Endlich Geld. Ja. Ah, yes, money. Aber in jedem Run volles Geld. Gefarius, gönn dir. Ist es HP? Oder Zombie. Ja. Ich brauch dringend HP. Oh, Nikesa. Warum sagst du denn Gefarius? Ja, ich dachte, der kriegt, der kriegt, der kriegt aber keine Herzen. Ja, das sind für euch beide gut. Ja, mal guck mal meine HP an. Ich hab drei. Zombie hat fast Full Life. Ne, Zombie hat drei Herzen auf seiner Skelett. Neun. Mit meiner Meinung. Das hat halt wieder Charakter funktioniert. Ja, 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 where am I? Warum ist der so groß? Ich weiß nicht, der wollte mich hauen. Schmille. Mehr Lack. Acht Lack. Acht Lack. Money. Haben wir nix. Boom. Oh, da oben ist Gamba. Oh, mein Gott. Kann ich das Lack-Effekt, ne? Achso, ja, nimm du, nimm du, nimm du, ja. Penny Tears. 100% Geld. Gamba Time, Gamba Time. Let's go. Schieß doch mal ein bisschen, Lackse. Hallo, du hast so einen lustigen Geld-Effekt. Ja. Oh, oh. Das ist ein schlechtes Gamba gewesen. Mach die Maschine einfach direkt kaputt, toll. Wir brauchen halt kein Money, ne? Gib dem Bombenmann Sachen, Lackse. Los. Mach das. Stimmt. Ja. Mehr. Ich will Bomben bei Tim. Ach ja schon. Ja, du hast die große Bombe, du kriegst Bomben bei Tim, ich verstehe es. Ich will noch einen coolen Lack-Effekt. Bombe. Bombe. Mr. Bombe. Aber nicht mehr Mr. Measix. Doch, Mr. Measix bleibt dabei. Okay, ähm, ja. Wo wollen wir noch mal hin? Wohin wollen wir nicht. Zu dem komischen geköpften Baby. Hat schon ihren Begleiter, Lackse. Okay. Dann habt ihr mir für noch ein Baby. So, ey, ich hab Lackseitig so hart, hab ich hier, nimm deine Coin, Lackse. Nein! Du fliegst! Du fliegst! Ja, er fliegt. Du hast die Flügel bekommen. Damit du das Geld einsammeln kannst. Der Fahrer ist gewinnt. Ja, dann will er das Geld einsammeln. Ich kann nicht das ganze Geld einsammeln. Das ist... Gib mir mein Kennzell. Also versprichst du keine Coin mehr einzusammeln? Ich hab schon die ganze Zeit versucht. Come on! Ich hab mir Mühe gegeben. Versucht. Wir sind doch eh voll mit Geld. Wir brauchen die Münze gar nicht. Money, 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 money. Warum laufe ich hier überhaupt? Ich mein, du kannst fliegen. Ah, nee, keine. Die haben gewechselt, als ich hingegangen bin. Das ist ja fies. So, money ist voll. What are we doing? What are we doing? Hier irgendwo. Ja. Ah, ach Gott. Das weiß er jetzt rutscht mit. Okay, dann ist es mir doch egal gewesen. Hallo? Das ist der schlimmste, schwerste Raum im Spiel. Nee, interessiert mich nicht. Take me out. Aber da war doch so ein Geldsack. Allschiss. Aber nochmal, okay. Nice. Guter Allschiss. Kann ich zwei davon aufheben? Jo. Ist es Marm? Anne? Das müsste Marm sein, ja. Ab zu Marm. Haben wir die Dingskarte? Die Dingskarte? Die Dingskarte. Wo wollen wir jetzt hin? Ja, aber wir haben doch Megasatan, oder nicht? Dark Ebene und Megasatan. Wir hätten Megasatan, ja. Ja, ja. Lamp und Megasatan. Es gibt Lamp. Süßere Route. Natürlich spuckt der noch so ein Tropfen raus, bevor ich den haue. Oh, ich habe Leben regeneriert. Aua. Oh, danke fürs Herz. Das hast du erzeugt, glaube ich. Die Dark Route. Die Dark Route. Wenn ich die als Geist umgekarte, dann habe ich den Effekt immer. Ja, Zombie braucht AP. AP. Damage. Ja, ich habe drei Damage. Ich könnte euch mal Damage vertragen. Ich habe zwölf. Ja, weil dein Herz jetzt auch wieder gegessen werden. Stimmt, da war was. Stimmt. Oh mein Gott. Es ist der Boss. Ich habe irgendwas gesehen. Das war der Boss gerade, ja. Ja, kannst du aufheben, Nefarius? Zwei Räume unter uns ist so ein Stachelraum. Ah, haben wir genug Papier für. Oh mein Gott. Wer hat das Spacebar verstärkt? Mit Batterien und so. Passt du das nicht? Ich habe eine Batterie. Ja, dann bist du unser Red Key Enthusiast. Das ist voll zu. Kann man das dann nicht sogar löschen? Ne, nur bei Shops, glaube ich. Okay. Soll ich die auch machen? Bist du nicht hier im Raum? Ne, ne, ne. Ne, nicht hier. Okay, wie? Ne, Nefarius, wie ist es mal bist du mit Red Key? Also, unter uns könnte er, unter uns ist tatsächlich eine relativ hohe Prozentschance, dass da der wichtige Raum ist. Also mach mal. Ja, ich muss damage machen, dann fällst ich meinen Schlüssel auf. Das Item habe ich. Ja, bitte fliegen. Ja, ich mach. Ja, jetzt kann ich einfach hier rausgehen. Ja, ne, Red Key ist... Ja, aber Zombie muss damage machen, das heißt, ich kämpfe aber nicht mehr. Ja, true. Ich habe halt nicht den Damage, aber... Aua. Aua. Okay, dann war es jetzt. Okay, ja, ich... Ihr haut einfach drauf, ich kriege ja immer trotzdem Chargers in den Räumen. Ich mach einfach meinen Knochen ab und zu in die Gegner reinzuwerfen. Das ist ein Mini-Likes, das sehe ich halt einfach nur raus. Hallo, Bro. Damage machen. Hast du eh in die Ladung. Okay. Ja, Cash ist voll. Weiter. Wir haben noch einen Battle-Raum und einen Potenzial. Ja, ich habe hier einen Battle-Raum. Aber ich springe hier. Oh ja. Danke. Doppeln. Doppeln, danke. Ich wollte den nicht so hart... Nicht aus dem Raum, bitte gehen. Ich habe Alge ist aktiv. Und... Ja, viel Spaß, Leidner. Ist das Conjoiner? Müsste. Ist der ein Conjoiner? Nö. Nö. Aber egal. Mehr rote Herzen, die wir weggeklaut kriegen. Okay. Das ist eigentlich schlecht für mich. Ich brauche meine roten Herzen. Du hast ihn auch loben. Ja, wegen von Joy. Mein Schlüssel ist ready. Okay. Äh... Hier? Also ich kenne die Regeln nicht genau. Du willst das im Bestfall... Erklär doch mal, was überhaupt abgeht, der Fahrer. Also es gibt auf jeder Ebene... Es gibt ja den normalen Geheim, es gibt den Supergeheim und dann gibt es auch den Ultra-Secret-Doom. Der ist immer nur außerhalb des spielbaren Bereichs. Und der ist nur über diese roten Türen zu erreichen. Dieser Raum ist niemals direkt an normale Räume angegrenzt, sondern immer ein Raum weiter. Mhm. So. Dementsprechend will man den Schlüssel meist immer so an Sackgassen verwenden. Weil da die meisten Räume anliegen, die zwei Räume weiter sind. Ja. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel in den größeren Rahmen unter uns gehen, da haben wir eine Sackgasse rechts, wo wir den Schlüssel einsetzen können. Ja, das ist eine richtige Wahrscheinlichkeit. Das kannst du hier dann, I guess. Erstmal die Gegner killen. Ja, ich habe erstmal schon mal den Schlüssel aktiviert, dass ich ein bisschen Charge kriege. Oh mein Gott, ich kriege echt nur Charge durch Damaged. Eine richtig Kacke mit der Räume. Ja, das war halt nicht so smart. Ich meine, wir können den auch wechseln, ne? Ne, ich greife einfach als Geist an, da habe ich ja Range. Da kann ich ja normal reinbarern. Ja, ja, hier, also das Geist kriege ich Damage rein. Das geht. Nur mit dem Knochen ist halt ein bisschen zu dangerous. Da könnt ihr mich auch da ein bisschen kämpfen lassen im Notfall. Ah, das Herz. Ich will das Herz noch nehmen. Jo. So was wie gar nicht eigentlich auch eine Sackgasse dann? Ich weiß nicht, wie das sich mit normalen Geheimräumen verwenden. Achtung, 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 Achtung. Oh mein Gott. Bomben abgeben, ja. Gib dem die Bomben. Mehr Bomben für Zombie. Oh nein, ich habe mein Geld aufgehoben. Ich habe keine Bomben mehr zum Legen. Brauchen wir nicht, ich bin Bomberman. Ich brauche keine Bomben legen. Der Mann gibt mir, was ich möchte. Warte, der überlegt noch gerade, aber gleich hat er das beste Item der Welt für mich. Da ist nach der letzten Bombe. Achso, echt. Okay, gleich. Das beste Item der Welt bist du persönlich. Danke. Ich hatte keine Karte mehr, ich habe die eingesessen. Was schon? Ja, töten wir mal. Machen ein bisschen Cherry Out. Können ein bisschen reinrennen. Mehr rote Herzen zum Opfer. Hallo. Wie lange hält der Effekt? Ah, genau, bis der Boss anfängt, in mein Gesicht zu schlucken. Cool. Senior. Prost. Ich brauche kein HP ab. Ja, ich auch nicht. Der Schlüssel ist wieder ready. Ich will aber... Ich will... Ich will... Das waren Tears, ne? Oder? Ja. Ich habe halt, glaube ich, Max Tears. Ich nicht. Abgesehen von Cancer. Das ist... Das ist auch Tears. Tears, ja. Nimm zum Beispiel. Können die öfter zuhauen? Hallo, Schmarthahn. Oh, Krampus. Klassiker. Gut, dass ich Mr. Mezix weggelegt habe. Ich bin ja echt enttäuscht. Ich habe nicht Ranch. Ich auch nicht. Kohle. Kohle, weil meine Tränen einfach länger bleiben. Das ist ja mal mega gut. Die sind ja... Die prallen ja noch ab. So, wo soll ich rot schlüsseln? Äh, lass mal gucken. Kann ich überhaupt noch den Raum dann erreichen? Da, halt. Stopp. Da war... Da ist die Bombe. Ich sehe es, ja. Ach so. Oh, den habe ich gar nicht gesehen. Oh. Ein Schlüssel. Sick. So. Ich würde sagen... Äh... Hier links könnten... Aua. Ich dachte, der Nefario soll suchen. Also, klar. Also, hier links haben wir halt... Effektiv eine Wahrscheinlichkeit. Wo ich weiß gar nicht, ob es überhaupt eine Nähe vom Bossraum sein darf. Äh... Und du könntest am großen Raum oben nach rechts machen? Könntest du probieren, ja. Ja, für mich... Wenn wir unten sind, haben wir ja eh wieder wahrscheinlich ein Feature. Ich drücke den Knopf. Genau, das ist mein... Und dann machen wir hier. Äh, da hin, ja. Äh, äh, da hin, ja. Äh, äh, äh. Nehmen. Uh. Gib mal in Ballermodus. Äh, ja, genau in der Falle. Ach mein Gott, er hat einfach... Das ist... Der, der, der komische... Äh, Dark Bomb hat einfach eine Spinne vor mir gespawnt. Der Homie ist einfach voll der Vorredner. Ja, wenn jetzt gerade keine... Ich schieße Laser durch den Raumgegner sind, könnt ihr die auch gerne welche am Leben lassen. Es sind... Ich schieße... Ne, die sprengt dich nur in meinem Gesicht. Okay. Fuck. Ja, ja, ja. Und wir haben auch noch einen Kampfraum. Da kannst du bestimmt auch laden. Aua, aua, ei, ei. Sagt er, wenn es nicht Lasergegner sind. Ja, die haben ja nichts gemacht. Lass mal reingucken in den Kampfraum doch. Ja, wir müssen ja eh... Ich versuche dich hier auf... Ich versuche dich hier aufzuladen, nicht im Kampfraum, weißt du? Okay, ich töte ihn aber nicht. Ich schieße ihn aber immer wieder ab. Er ist tot. Ich habe mich geschossen. Ja. Why? Du bist full life. Wer ist full life? Du? Nein, ich habe jetzt gerade mein zweites schwarzes Herz aufgehoben. Deswegen. Hä? Ist das nicht über das blaue Herz drüber gegangen? Nein. Links kann das Ding doch eh nicht sein. Ja, kann es natürlich. Aber wir hätten trotzdem einsetzen können. Naja, egal. Nee, du. Boah, ich habe die ganzen Boni. Zack. Zack. Oh mein Gott. War nicht Absicht. Die sind immer gesponnt, hat sich nichts. Aber es sah cool aus. Gibt mir gerne einen Credit dafür. So, wo soll ich hin, Schlüssel? Äh, unten. Hier? Ja. Da ist er. Nee. Hä? Das ist ein anderer, das ist ein normaler Geheimraum, der zusätzlich gespondert ist. Aber wenn du Schlüssel geben, vielleicht kriegen wir Batterien. Ja, lass mich mal machen. Müsste leicht das nicht machen wie ein Lack? Nee. Äh, ich muss das machen wie in dem Fuß, never mind. Deswegen. Nicht wegen Lack, aber ich hab den Fuß. Da sind Herzen für dich, Likes, wenn du... Achso, du hast hier voll. Hat irgendwer schon eine Fliege? Liegt einer mit dem Fliegen, Alter? Nee. Nö. Ich hab die Tränchen. Oh, schön schnell zuhauen, ja. Hier, Lefaris, hier ist noch ein blaues Herz. Joa. Nö. Ich spreng den. Oder sprengt ihr, ihr habt selbere Bomben? Ich hab mich grad selber nicht gesehen zwischen meinen ganzen Companions. Los, Dark Bomb, isst die Herzen. Guck dir mal die Fliege an, im Gegensatz in meinem Körper. Hast du ein bisschen näher gekommen, dass dein Dark Bomb die Herzen ist? Danke. Oh. Guck, da hab ich meine zwei schwarzen Herzen wieder. So einfach ist es. Ja, Schlüssel wird sich ja nicht mehr aufladen. Nächste Ebene wohl. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass die Schlüssel sich halt einfach pro Räume schneller aufladen würde, aber ja. Ja, würde ja auch. Das Item, was es von mir hat, wird auf späteren Ebenen immer schwächer. Also, das braucht auch mehr als der Nächste. Ja, warum tauschen wir denn die Schlüssel nicht einfach? Wie kann ich's ablegen? Wir haben doch unten einen Spacebar-Item. Unten? Ja, im Kampf, Stachelraum, was auch immer, Stachelraum. Aber tut weh. Ja, ja, ich geh raus, ich mach das. Mein bester Freund ist zurück, joo. Ja, du hast dich besprochen, weil du nicht mehr, oder? Ja, nicht mit dem Glas, was ich hab. Deswegen, ja, weg damit. Meins ist halt das Bessere von dir. Ich geh raus. Ja. Du hast Book of Secrets. Damit bin ich gestartet. Oh, das war so schön. Damals, vor 50 Minuten. Falscher Raum. Wir können dir oben noch Bomben geben, oder? Gleichsam muss Bomben geben. Gleichsam, gib ihm die Bomben. Oh, ja, Geld. Mehr. 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 Da ist es. Let's go. Mal uns nur weh. Wir können uns doch nicht, wir haben das Geld in dir im Bauch. Lassen die Muster ins Krankenhaus. Ich glaub. Ich glaub, das ist das geringste Problem, aber ja. Aber komm, lass uns mal ihr Herz töten. Ja, aber das, das ist nicht so problematisch. Das kommt irgendwie immer wieder. Mama ist so lieb, die hat Herzen für uns alle. Oh, ein Herz. Dann gehen wir mal nach rechts, nach Gamblingen. Likeser ist so klein. Ich seh mich kaum. Ich weiß, die Fliege ist sehr hilfreich, weil ich mich ein bisschen besser sehe. Ich mach beim Editieren Likesers Stimme jedes Mal leiser, wenn er so eine Small Appelle nennt. Ich hab was nicht mehr zu hören ab dem Punkt hier schon. Du musst dich einfach schriller machen. Ab irgendeinem Punkt können nur noch hunde Likeser hören. Ne, ihr seid ja zusammen auf einer Tonspur, kann ich gar nicht. Ja, viel Spaß Likeser, ne? Beste 10 Minuten. Hey, klau mir nicht die roten Herzen. Du Mieser. Einfach, ich kann die Heulen hier schon aufheben. Ich möchte dich nicht mehr haben, Darkbang. Ihr gambelt, ich hebe die Münzen auf. Ich kann hier gambeln, weil Likeser kann hier später auch noch gambeln, ist ja egal. Bitte, bitte, bitte. Oh, nicht aufheben. Okay, darfst du hier gambeln, Likeser. Das war die Rune nicht wert. So gar nicht. So null. Mehr Geld. Likes, wir brauchen doch. Wir brauchen doch. Ich will halt das HP-Item haben. Schade, das ist das Falsche. Ja, wir haben das HP-Item schon, deswegen kommt die Bloodbank garantiert. Ne, tatsächlich nicht. Gefühl schon. Ja, kannst du den mittleren Dude jetzt mal machen, Likeser? Ich habe gerade alle Münzen aufgerufen, Likeser. Ich habe ein Fliegen-Item. Äh, HP-Up. Joa. Hier können wir tatsächlich sogar rerollen, potenziell, wenn wir irgendwas finden zum rerollen. Irgendwie haben wir noch nie rerolled im Allen-Runner. Irgendwann muss ich mal einen. Wir haben kein einziges rerolled-Item jemals gehabt. Okay, wir machen noch einen anderen Raum, da können wir... Hör mal an, Brimstone. Leid, du! So, äh, stopp. Ich wollte die Kiste öffnen, warum stopp? Ja, ja, klar. Erstmal meinen Schlüssel, bevor irgendwie in den nächsten Raum rennt. Hä? Ach, du wirst es da ganz ausmachen. Ja, okay. Arcade. Easy, haben wir. Oh, ja, es gibt immer einen roten Item. Egal, was da drin liegt, bitte sprinte da nicht einfach drauf. Ich sehe nicht so aus, als würde ich sprinten. Ich gucke nur schockiert. Er hat Angst. Hier ein rotes Item. Das macht vier, wenn ein Gegner in deiner Nähe bis mir die Zombie-Gönn dir. Too spooky, for me. For me? For me? Perfektes Zombie-Item. Ja, ich... Alter, siehst du scary aus. Du hast Papa durchgestrichen. Wer ist Papa? Ich kenne keinen Papa. Ich habe Papa vergessen. Mach alles auf. Da können Münzen droppen aus den Dingern. Let's go. Ja, hell you. Äh, ja, hier noch Herzen, die keiner braucht. Ja, die habe ich mir auf. Die hole ich später dann. Ja, die brauchen wir so, dass der Red Key funktioniert hat. Ja, wir können dadurch halt auch ein Reitarium finden. Das ist der super, super, ultra, duper Geheimraum oder was? Genau. Ja. Okay. Es gibt doch, glaube ich, ein Item oder zwei Items, die sie sogar aufdecken können. Äh, ich glaube, es waren Trinket und ein Item. Ja, muss man wahrscheinlich erst mal freischalten, ne? Probably. Also prinzipiell kann man dadurch halt die Ebene riesig machen. Ich habe davon auch ein Bild, wie ich jetzt mal bei einer Ebene komplett gemacht habe. Hab ich ein Limit davon? Ja, das habe ich, das habe ich, das habe ich, glaube ich mal gesehen schon so, wie die Ebene war. Da habe ich mal auf Twitter gepostet tatsächlich. Ich möchte kurz meinen Schlüssel anwenden. Jo. Kannst du noch einen finden, oder warum? Nö, aber wir können ja, wir können ja, wir können ja, wir können ja auch eine Angel Room finden, ne? Achso. Ja, Angel, du kannst alles an Räumen finden. Ist ein bisschen limitiert. Oder wir finden Fistula. Oh, ja. Aber jetzt kannst du alle wieder haben, Leipzig. Ich habe nur Angst um meinen Klauen. In der Regel klaut mein dunkler Freund mir alles. Wer hat den Fake, Isaac? Okay. Batterie für die Fahrer ist, zack. Mr. Flieger. Let's go. Piste. Bombe. Hol noch ein Herz für später. Ich habe das genau gesehen, Leipzig. Was denn? Mr. Flieger. Da unten liegt ein Herz, wer auch immer rausgegangen ist. Mein Geist. Oh, sie sprengt. Oh, der Homie. Ich habe mir überlegt, es dir zu lassen, aber dann nimmt es der Homie, wenn ich es nicht klau. Raum gelöst. Wer ist hier? Ja, natürlich ist es Pin. Pin und seine Freunde. Das Gute ist, mit dem roten Schlüssel können wir sehen, wo der andere Geheimraum ist. Ja, Infinite Key. Äh, ich warte, wir müssen die raus springen für Leipzig. Was hast du Leipzig aufgehoben? Ancient Recoller, es gibt mehrere Karten. Vorsicht weg, Zombie. Weeeeg. Ich will noch eine, damit Leipzig halt mit höheren Schlüssel da... Hier, guck, da kriege ich drei Karten. So, Leipzig macht die Kiste. Kommt ganz schön viel raus. Ja. Oder auch nicht. Okay, hebt ja auf, hebt ja. Oh, ja, geil. Oh. Und hier ist sogar der Geheimraum nebendran. Und dann, ja, Judgement, ja, mach ich mal im Geheimraum. Äh, ja, warte, wir hatten eine Charit-Karte hier drüben, ne? Entschuldigung, seien ja. Äh, Todes, chariert. Und wir haben einen Jokey? Ja, 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 wir haben einen Jokey. Chariert. Ich mach mal Gambane. Ja. Oh mein Gott, Pillen. Jawoll. Leipzig kriegt Frühstück. Ich nehm das, was auch immer das ist. Panic-Button. Ich glaube, das setzt dein aktives Item ein, wenn man getroffen wird. Ja. Verbrannter Penny, das war ja irgendwas mit Bomben, wenn man Geld aufhebt. Das ist, man kann Schlösser sprengen. Warte, mein, das ist das Active-Item, wenn nicht getroffen wird. Ja, klingt eigentlich gut, ne? Ich weiß nicht, ob es dafür voll sein muss. Ich guck, warte mal. Blackstar, hör mal kurz auf zu gehämmeln. Ich will keine Coins verschwenden. Bumbe. Okay, es muss voll sein. I guess. Ich geh, ich hab... Ai, ai, ai. Ich hab, glaub ich, grad die... Nein, hab ich nicht. Ich hab nicht die Tick aufgenommen. Warte mal lang. Die Tick, die liegt da. Was macht das Blackpupu? Gute Frage. Ich, ja, ihr lauft mal weiter. Ich bin mal auf der Suche, wieder nach der Webseite. Nee, möcht' ich gerade. Isaac, cheat, cheat, platino. Oh Gott, Blackstar, du. Das, 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 das ist aber der Bomb-Masterball. Es gibt drei Bums, ne? Es gibt noch ein Key-Bum. Ich spreche so heftig für Isaac, dass ich Puh eingebe und irgendwie immer noch 200 Items da sind. Da wurdest du gebombot, RIP. Ist ein Joke. Obwohl, aber wir haben ja Infinite Coin Production die ganze Zeit, also. Gehen wir zu, können wir halt voll füttern. Hallo, hattest du gemerkt, dass ich Puh eingegeben hab? Such nach Puh. Es fällt halt nicht. Wohin denn? Dann geb ich, dann geb ich Black 1. Ja, Bumbo füttern. Und den Schlüssel auffüllen. Ja. Du sollst die Coins nicht aufheben. Bumbo soll die aufheben. Ich bin Bumbo. Bumbo ist es. Da ist es. Ich hab's gefunden. Wenn du Hell... Alles ist Bumbo. Äh. Wenn Hell-Türfen-Queens-Chars vor Black-Poops zu spawnen, mit Stil damage to all Enemies in der Raum. Hier ist. Bucke. Black-Poo macht Black-Poops verrückt. Oh, hier oben macht Bumbo. Oder war hier noch Geld drin? Oh, nein. Nein. Oh, okay. Ich hab alles. Was sind die Karten, die da noch liegen? Yes. Äh. Death. Und... Mon. Moon. Und Empress. Ja, weil da haben wir Death rübergebracht in den Rechenraum. Aber ich würde einfach weitergehen. Empress mit, genau. Also, wir können noch einmal... Warte, dann lassst du die Joker-Karte hier liegen? Nee. Ich dachte, ich hätte die mitgenommen. Ich hab immer noch nicht die Empress-Likes, ja. Gott. Sorry. Ach. Ungeduldig. Guck mal, ich bin... Guck mich an. Wie kann ich nicht ungeduldig sein? Klein. Speedy. Ich mag meine Knochen-Gestalt. Ich krieg immer Damage, aber die droppen dann sofort Herz und die sind voll nett. So, als ich den Raum unter unten noch, dann haben wir noch einen roten Raum. Noch einen Schlüssel mehr. Bordig. Oh, Bombo. Bombo-Sammler. Ja. Gut. Da unten sind noch mehr Münzen. Ich will hier in den Re... Hallo. Holen mich. Ungeduldig. Ich weiß nicht, was die machen, aber ich hau die einfach, wenn die zu mir gehen. Die fallen in Stücke. Au. Was hat mir jetzt noch wehgetan? Ich hab nichts gesehen bei mir. Da kam irgendeine Träne. Ah. So, das war doch eine schöne Ebene. Speedy. Warte, stopp. Da hast du noch ein schwarzes Herz. Ich bin nicht voll. Ganz viele Herzen. Ach, da. Meinst du, mit da vier Holz, 14 Räume weiter unten hängen? Kann man ja auch gleich mal das hier Geld holen. Bombo füttern. Ja, genau. Guter Call. Guten Bombo-Teed. Gleichsam mit seinem ganzen Zirkus dabei. Wir können den Dollar noch aufheben. Der liegt ja auch noch hier rum. Kann Bombo den nehmen? Bombo rastet komplett aus. Aber ich hab ne Idee. Äh. Ich fütter Bombo noch ein bisschen. Los, heb's auf, Bombo. Ja, Bombo ist gewachsen. Ja, so. So, jetzt können wir den Boss machen. Warum ist das nicht offen? Eigentlich sollt ihr sich doch verbinden, oder nicht? Ich weiß nicht. Bald sind wir da. Der Red Key ist lustig. Ich mag den. Krass, dass der einfach rumlag. Ja, aber nur, weil ich in den Raum wollte. Ja. Direkt belohnt. Ja, mein Mutti. Gibt ihr vier Effekte. Ja. Okay, haben wir halt unser Devil schon verloren. Gut. Vorsicht. Ähm, Joker? Ja. Äh, wollen wir Joker? Okay. Ja, klar. Ja, selbstverständlich. Obwohl, ist der Joker hier nicht einfach nur nach unten? Nein. Auf der Ebene? Okay. Glaub ich nicht. Äh, Vorsicht. Da. Ich gönne mir kurz neun gleich. Haben wir schon irgendein gebiert? Nee. Wir jetzt können die Leute immer helfen. Bomber? Ja, wir wollen auf jeden Fall gab ich vor einmal kauf. Bomber. Ja, das sind... Oh mein Gott, mehr Bombe-Eitem. Möchtest du die Kiste strengen? Ja, klar. Kann ja nichts schief gehen. Bomber? Oh mein Gott. Bomber? Oh mein Gott. Es ist ja das wahre Kreuz. Es ist einfach Kreuzbombe mit Kreuzbrimstone. Ähm. Bomber. Ähm, ähm, ähm. Ich würde es kaufen, weil ich eh ein leeres Herz habe. Also, ich kann es... Achso, ja, aber ich gebe es mir, weil dann... Nee, kann ich gar nicht. Ich setze es auf. Ah, oh mein Gott. Bei mir funktioniert es gar nicht. Mr. Me! Wir haben Mr. Me nicht eingesetzt. Äh. Mr. Me hebt den Satan auf. Das interessiert ihn halt gar nicht. Nehm mir das mit. Hat es jeder mal aufgehoben gehabt? Bestimmt. Ich habe es nicht aufgehoben, aber ich will. Mr. Me hat es aufgehoben. Das geht in den Keller. Wir gucken uns den Keller an. Satan. Alter, der Boss ist Satan. Der Boss ist Satan? Oh mein Gott. Wow. Mal ein kurzer Jumpscare hier, wenn ein Leichsack geprügelt wird. Ja, links Miniboss. Zack. Das ist oben. Anscheinend nicht. Ich wollte nicht... Ja, links. Das ist verboten. Okay. Verboten. So, ich habe einen Schlüssel. Ab nach rechts. Ah. Verdammt. Jawohl. Hier ist aber nichts. Äh. Ah. Ja, Leichs hat vorhin schon gesprengt. Ich mache mal wieder auf. Das ist ganz... Ja, der Brimson tut euch ja nicht weh. Aber der Crossblaster, der dazwischen kommt, der tut mir weh. Hey, wer klaut eigentlich Bumbo das ganze Geld? Da sagt keiner was. Ich verstehe schon. Da ist niemand. Bumbo wird nicht beklaut. Das ist Lüge. Okay. Wer geht denn ins? So ein Likes. Aber mit deinem... Mach 10 Geschwindigkeit. So, ich HP nehmen. Willst du HP? Ich bin vor, ich will nicht. Ich bin ein bisschen langsamer. Ja. Das bist du strong. Oh, warte. Das ging auf deine Seelenherzen. Ja, ich sehe es. Ah. Ich habe einen Instant Wechsel. Ja, ich musste ja mit dem Geist hin. Ja, ey. Lass Bumbo, bitte. Mr. Flieger. Lass Bumbo, bitte. Mr. Flieger. Nein. Mr. Flieger. Der darf nicht mehr. Der ist dick genug. Der ist auf die Ehe. Likeser und Kreuz. Okay, Likeser sagt Mr. Fliege, wenn er will, dass jemand von uns fliegt und redet nicht mit der großen, runden Fliege um sich. Ich verstehe. Ja. Mr. Flieger. Er redet über irgendwelche Fliege, aber er klaut Bumbo eine Zehner-Münze. Ja, der braucht sie nicht. Der ist genug. Der ist auf die Ehe. Der gibt doch Items. Der ist auf die Ehe. Oh mein Gott, ey. Die Ehe. Essen. Oh mein Gott, das könnte ein Sechser-Raum sein. Was passiert, wenn einer von uns auf den Sechser-Raum geht? Ein Würfel. Ich verprügel den. Okay, ich muss geistig vor allem bleiben für immer. Ja, das ist okay. Wer macht das? Ich gebe den Schlüssel irgendwo einsetzen. Ja, ich opfer mir noch mal kurz in HP. Ich möchte mich hier. Ja, okay. Das ist okay. Ich opfer die HP. Bumbo ist auch überhaupt. Guter Bumbo. Da, HP, HP, HP. Ja, ich kann nicht mehr, sorry. HP, HP, HP. Oh, oh, hör auf, fliege. Oh, oh. Oh, die Angstreihe. Hier sind die Destils. Das Symbol ist doch unten in der Ecke. Achso. Ja, achso, ja, das ist die 20, okay. Gibt kein Herz. Das ist doch ein halbes. Stell dir mal nicht so an. Da sind ein paar Laser geklaut. Meine Ansprüche sind einfach so. Du hast mir mein Herz geklaut. Ich hasse dich, Dark Bum. Ich möchte dich nie wieder mitnehmen. So, ich habe einen Schlüssel. Wie kannst du eigentlich 500 Speed Ups haben und langsam als Dark Bum sein? Nefarius. Nefarius. Da. Willkommen, Heroin, gleich zurück. Ich wollte einfach nur meinen Schlüssel einsetzen. Bevor irgendwer in den Kampfraum rennt. Ich habe nämlich irgendjemand schon wieder hinsprinten gesehen. Alter. Ich bin nicht nach oben gelaufen. Das war mal ein Pokémon von mir. Ah, ich habe die Münze aufgerufen. Das tut mir leid. Ja, Entschuldigung. Mumbo. Da ist ja eigentlich eine Karte eingezeichnet bei dem Würfel. Wahrscheinlich, dass das jetzt auf der gesamten Map zählt. Der D20-Effekt. Hm, okay. Scheiße. Den kenne ich. Den habe ich schon freigeschaltet. Aua. Liebe Gegner, die random in einem Laser explodieren. Los, Mumbo, iss. Ja. Ja. Du bist Mumbo. Guter Mumbo. Ja, ich will beim nächsten Mal einen Charakter, der wieder mehr Leben hat. Also, der hat viel Leben, aber ich will nicht hin und her es wünschen. Also, Jako und Esau. Let's go. Esau. Ach, du. Es ist okay. Ich werde das so aussprechen. Ich habe damit kein Problem. Wer den Kommentaren abgestimmt, ob das in Ordnung ist? Ja. Ihr gehört voten. Aua. Ich habe irgendwo eine Skill-issue. Gut, ich mache mal hier unten. Easy. Let's go. Gibt mir Magic Mushroom. Endlich Gegenstände anziehen. Wow. Sieht sogar aus wie ein Schlüssel. Oh, Mumbo ist entwickelt. Let's go. Wir haben ihn nicht. Der hat sich durchgesprengt, glaube ich. Ich habe keine Bombe. Ich glaube, der war einfach offen. Ich glaube, der war einfach offen. Ich glaube, der ist wirklich einfach offen. Ja. Okay. Safe. Einfach über die Schlucht gehen. Keiner kann mir was. Ne? Das ist Isaac, der echte. So. Mist. Mist. Oh, ich habe sogar den Duck-Bamm geklaut. Let's go. Nein, es gibt es. Eieiei. Aua. Kringel. Wobbly wobbly. Das ist effektiv mehr Range. Go, like, sir. Kauf ein. Yay. Big fart. Big fart. Kring makes me dood good. Kring makes me dood good. So, Geld haben wir eh keine Probleme. Ich lasse einfach die Coin da liegen. Warte, ich muss was testen. Ich muss gerne ein bisschen mehr Range. Mr. Me. Verprügel die Maschine. Ich glaube, der sprengt die. Oh, mein Herz. Ja. Oh, ich habe das. Ich hasse dich, Tack-Bamm. Gut gemacht. Ich hasse dich, Tack-Bamm. Der macht Spaß, den auszuprobieren. Der macht einfach alles richtig. Aua. Da ist mein Herz wieder weg. Da wurden wir geinstalasert. Bumbo, hebe auf. So, Action. Action, Action, Action. Bumbo soll die Coins aufheben. Ja. Der hat die Eats. Immer gibt es wie Snacks unterm Tisch, wenn ich nicht hingucke. Ja, richtig so. Ich sprenge jetzt. Oh, man. Irgendwer hat geschossen. Ich habe auch gesprengt. Not cool. Ja, bessere Sprengung. Ich sprenge nochmal. Ei, ei, ei. Ich sprenge nochmal. Was passiert hier? Ja, meinst du wollen wir in Rinklo? Das ist die erste Folge, wo ich am Anfang, am Ende nicht tot bin. Weißt du? Zumil bringt mich einfach wirklich noch. Ja, nimm alle. Nimm alle. Ja. Alle meine Herzen. Ich darf fliegen. Ja. Seit wann sind da gute Sachen drin? Das sind... Das ist das da unten rechts. Ja, ich habe keine AP. Ich habe Spaß. Leicester frägt halt Aue eh nicht. Ja, macht einfach. Ja, oder doch viele Münzen. Ich habe Spaß. Kann ich als Geist das aufheben und es zieht einfach ein Seelenherz ab? Ich weiß es nicht. Tötet dich. Das sieht nach tödlich aus. Ist doch egal. Ich bin doch hier Begleiter. Aber ich will eigentlich beim Lamp mithelfen dürfen. Damit opferst du Begleiter. Du hast nur den Sack, den du opfern kannst. Okay. Aber das war gut. Das war von der Verlust. Das ist bei Treffern Damage ab. Glaube ich. Aber ne Fahrers, wenn ich Bomben lege, dann hast du bei Treffer. Ja, ne Fahrers, du hast genug. Ja, das... Das möchtest du nicht. Wenn wir ein HP abbekommen, würde ich das noch nehmen. Wenn wir nicht lassen, wir fliegen. Okay. Ah, was ist er denn? Kennst du ihn, nicht? Moos, schwarz und böse. Hat er dich gesprengt. Äh. Bombo. Bombo, Alter, ich hasse. Ich werde einfach gegriffen von ihm. Danke. Bitte schön. Echt chill, aber erst mal. Oh, da ist er löscht, aber alles. HP Lager auch absolut begriffen. Boah, jetzt so ein Snoddy-Effekt hier. Wer hat er eine Bombe hingelegt? Bombo, es ist Bombo. Bombo, es ist Bombo. Warum mir Bombo das ganze Geld nicht auf? Bombo hat mich schon wieder gesprengt. Weil er zu langsam ist. Äh, Bombo, hör auf. Bombo. Möchte du den Schlüssel hier unten einsetzen, Nefarius? Ja, möchte ich. Mir geht's nicht so gut. Ja, Gambling, Gambling. Gambling, Gambling. Gönn dir Likesack, Gamble-Automat. Let's go. Okay, ich hab mein Herz wieder. Oh, was machst du mit der Münze? Hier, Herzen, Herzen, Herzen. Ja, ja. I try. Da ist noch eins. Emperor will ich nicht. Aber Emperor können wir ja nicht gleich nutzen. Dann müssen wir nicht durch die ganze Ebene. Aber jede Kiste auf der Ebene ist doch item, oder nicht? Ist, ich glaub, im Darkroom nicht immer ultra kacke? Nee, im Darkroom nicht. Im Darkroom nicht immer raus. Doch. Da kommt noch grad schon ein item raus. Ja, Leechee nämlich. Ja, aber es kommen ja roten Gästen im Darkroom. Geld leer? Ja. Der Bombo hebt die Münze auf. Witze, danke. Bombo zu langsam. Okay, das war spaßig. Aber Leechee bleibt nicht stehen, oder dem Fahreus, oder wem auch immer Bombo folgt. Bombo gehört nicht mir. So, was mit dem Ding... Oh, Lack ab. Leechee ist ein Lack abfüllen. Lack ab. Mhm, mhm. So, was ist das für eine Pille? Leechee ist so klein. Boah, ich kann meine Begleiter endlich nicht aufhören. Ja, ich darf meine Begleiter aufhören. Ich brauch ein rotes Herz. Und ich meine Begleiter aufhören darf. Warum brauchst du ein rotes Herz? Weil das voll sein muss. Oder nee? Nee, muss nicht voll sein, hä? Der Preis ist festgelegt gerade. Tschüss, random Begleiter. Tschüss, bumm. Ui. Wee. Wir greifen mal lustig, ne? Begleiter werde ich... Ja, könnt ihr. Aber... Das ist nicht... Ne. Leech das auch. Lass uns reden abhängig. Keine Ahnung. Ah nee, das war bei Gegner- Also bei Gegner- Okay, jetzt, ne? Wollten wir nicht mit Emperor reisen gehen? Ah, der Altar ist weg? Oh, well. Den Altar benutzt du, dann offerst du zwei Begleiter. Empress. Empress. Sieht aus wie du, Tombe. Er sieht aus wie du. Ja, warte, ich stelle mir meinen Boot dazwischen. Oh, wow, 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 wow. So. Ah, dann stelle ich hier. Ich kann auch Bomben legen. Ich kann das auch. Warum ist da eine kleine Gaswolke am rumlaufen? Okay, wir wollten kein Victory Lap, da hat jemand in einer Millisekunde aufnommen. Da hat noch jemand sehr schnell unterwegs. So, Megasatan haben wir noch, ne? Oder halt Void. Oder beides. Nee, Megasatan. Megasatan? Hoffentlich beides. Ja, weil nach Megasatan haben wir halt die Chance, das Void zu bekommen. Weiter. Regenbogen, maybe. Ich will von Joy. Irgendwer. Ich brauche noch 200 Babys. Oh nein, der Darkbomb ist weg, unsere Herzregulation. Oh, Darkbomb ist weg. Was ist das hier? Oh, Darkbomb ist weg. Ja, der war auch verdient. Der war echt dreist, die Runde. Ja, der war frech. Der hat aber gut mitgeholfen. Der war, ja, am Ende, jetzt gerade hat er gut mitgeholfen. Oh mein, ja, Lack. Oh mein Gott, das ist so, oh. Wo ist, äh, schau mal an, wie der kleine Likeser ist. Wo ist der überhaupt? Ja, auf den Schaden. So ein kleiner Pixel. Ja, der war wirklich schon Pixel als Dings. Wenn wir jetzt einen Crawlspace finden sollten, dann kann ich da runterfallen. Okay. In die nächste Ebene. Ja. Okay, du kannst gleich den Schlüssel einsetzen, ne? Rechts vielleicht am Bossraum. Baby. Ah, Conjoli, Zombie. Warum? Mein zweiter Begleiter. Conj, 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 Zombie. Für, Conj, Zombie. Das war mal. Ach, für Conj, ja, das stimmt. Nope. Bosse. Wow, ich springe auf uns, ich springe auf uns. Auf dich. Wo, wo ich offen? Glaube ich. Also nicht. Okay. Auf heute der nächsten Ebene verliere ich meinen ganzen Schaden. So, wenn wir noch einen Geheimraum haben, haben wir noch offen, genau. Ich würde einfach alles durchsuchen, weil wir den hohen Lackschank haben, aber das für ich heute bekommen. Alter, als ob da eine Bombe in mich reingebombt wurde. Nämlich auch. Was ist passiert? Oh, okay. Oh, okay. Rode Kiste bin ich gegengelaufen und sie hat uns hier hingeportet. Ah, okay. Wir haben die getötet scheinbar. Hat wer schon ein Buch? Nö. Aber ich hatte das Book of Secrets schon gehabt. Welches ist ein HP dafür Opfer? Ich glaube nicht, oder? Oh, Gislein. Oh. Äh. Viele Augen, die schießen. Eye Shot. Ja, bringt die halt nicht zum Melee-Modus. Ich bin eben eher im Geister-Modus gerade, weil... Da habe ich wenigstens ein bisschen HP. Alter, Bombo. Was immer hier gerade passiert ist. Hallo, Bombo. Geld aufheben, du fährst. Das ist auf einmal. Ja, kann er gleich. Auf einmal darf Bombo nicht mehr. Ich möchte einfach nur meinen Schlüssel einsetzen, bevor ich wieder jemand raus sprintet. Oh, warte. Ist das Conjoint? Ich glaube schon. Göddie. Nö. Nope. Judgment. Mein Gott, du musst so lange chargen. Hui. So cute. Wo bin ich? Gott sei Dank bin ich rot. Ja. Hast du einen Schlüssel eingesetzt? Irgendwie hast du keine Aufmerksamkeit. Äh, Zombie. Zombie, ja. Oh, das ist ja 100F-Futter. 3 HP. Sprenge uns nicht, bitte. Wir sind deine Freunde. Ich muss Bombo einfach im Kreis pullen mit den Münzen. Weil er einfach zu langsam ist. Belohnung gegeben. So ein netter Bombo. Für sich selbst. Er ist einfach nur. Okay. Ja. Diese schwarzen Todesringe. Da ist noch ein blaues Herz. Okay, das habe ich. Ich habe es nicht mal gesehen. Vorsicht, ich spreche den links. Danke. Das ist giga-uteless. Äh. Oh, aufheben wegen Itempool. Ja. Fürs Itempool. Ja, wir dürfen graben. Ja, graben kann es tatsächlich gut sein. Kannst du dir nicht ein Crawlspace mitholen? In Kiste. Äh. Ah. Ich könnte mir ein Crawlspace holen, durch den ich dann durchfalle. Aber ich weiß nicht, was dann genau passiert. Hat Lysa das jetzt gerade auch mit? Macht 10 aufgehoben, um Nefaris das zu lassen? Ja. Okay. Ja, ich brauche keine Items. Nein, guck mal. Über den Schlagen kommen auch in den Hausten raus. Die hauen auch. Lol. Ja, ich... Wie viele Reihen Items habt ihr? Was? Wie viele habe ich was? Reihen? Wie viele Reihen Items. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ich habe dreieinhalb. Ja. Damit ist es geklärt. Ich habe aber eigentlich auf nichts gegrillet. Nur Hauptsachen habe ich aufgehoben, halt viele. Ich habe halt die Lachsachen bekommen. Die Marmsachen. Die Twenties. Oh, schön. Noch kein Key? Gleich Key. Ja, ist der Big Boom, Mann. Aua. Da ist ein blaues Herz. Ich hebe es nicht auf. Conjoint. Das ist nix. Nope. Okay. Irgendwann ist es Conjoint. Einfach ein Mili-Gauni. Ein Strimm, ein Strimm, ein Strimm. Das ist eine Faust, bitte. Als ob ich zielen will, wo ich hinschieße. Nee. Ja, hätte nämlich es, wenn es keiner nehmen will. Ja, denkst du, ich will das Controller-Item auf Tastatur haben? Warum ist das jetzt schon wieder das Controller-Item? Ich dachte, die sind 360-80. Ja, das ist alles Controller-Item. Mein Gott, Controller-Items. Kann ich denn? Ach so, das da. Äh, nee. Ach so, ich greife permanent in eine Richtung an. Schießt das in zwei Richtungen, Nefarious? Das da. Das, 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 das Item ist, wenn du zu lange schießt, kackst du eine Bombe aus. Ah, die Bomben. Okay. Ja, ja, ja. Ich krieg so viele Truhe, das ist so nice mit dem Lack. Oh mein Gott. Nein, jetzt, ernsthaft. Look. Ja. Ja, ich bin auch dabei. Ja, likes er tötet halt. Oh mein Gott, was macht denn dieser Junge? Dann kriegt, dann schippt er nicht mal. Okay. Seht ihr irgendeine Markierung auf dem... Ich will eigentlich nicht durch den Boden fallen. Oder will ich durch den Boden fallen? Nee, dann können wir nicht zu Megasatern. Come on cold. Poison Damage, das brauchst du ja auch mit deinen Lack-Tiers. Lack-Items. Es ist stupid light, Nefarious. Ja, ja, ich steh. Wir füttern dich nächsten Run. So, alles gut. Und wann, wo alle überleben. Das ist halt... Mein Gott, der hat sogar geschafft, zu sprengen. Gleichsam braucht mehr Alters. Das war, glaube ich... Bitte ein Begleiter. Double-Short. Macht der aber nicht Fire-Rate runter ein bisschen? Ja, mittlerweile. Ne, man macht Damage runter. Party-Hut. Das ist Damage ab. Wo so? 0,1 Damage ab. Oho, bobo-Spreng dich einfach. Man. Oh mein Gott, schon was machen, Nefarious. Aber. Warum bist du so ein richtig aggressiver alter Mann? Haha, warum wird der den kränkt? Weil ein blaues Herz herauskommt. Ich glaube, das ist Clown-Deko, die ich anhab. Ja, das ist Clown-Deko. In rot. In sehr rot. Okay, Schlüssel, der fahrer ist hier. Hilfe. Beutel. Okay, noch keinen Raum und dann Satan. Bang, bang, Kiste. Baby! Control! Control! Hab' jetzt drei Knochen? Yo! Jetzt hab' ich nix mehr auf. Okay. Ähm, warte jetzt. Nice. Nice. Trolling-Time. Boah, ich möchte hier eigentlich mit für die eventuell nächste Ebene. Eventuell. Eventuell. Wir buddeln uns einfach zur nächsten Ebene. Wir müssen, um die drüber zu gehen. Ja, auf geht's. Drück dir die Daumen, Nefarious. Ja. Ich brauch eigentlich nicht mal schließen. Ich brauch nur überleben. Okay, ich steh' auf die linke Seite meine Figur hin. Fass, okay? Da werden die Schlüssel abgefangen. Hier, so. Siehst du, wo er steht? Ich hab' einiges anderes zu tun, ne? Achso, ich hab' dieses Aim-Ding. Ja, stimmt. Hm, ja. Ja, klar. Er hat mir eine Münze gebracht, anstatt Gegner anzugreifen. Wie lieb von ihm. Bumbo will uns so sprengen, ne? Das Bumbo in Ruhe. Bumbo ist mein Home, hier zu meiner Gang. Aber manchmal macht er so Dinge. Ne, Bumbo macht nur das Richtige. Also, im Vergleich zur letzten Folge ist es quasi gleich schnell. Geil, schon. Ne, kein Unterschied. Jetzt darf auch das Portal kommen, diesmal. Bumbo, warum willst du das Geld nicht auch, was unter dir ist? Was? Was? Bumbo. 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 Auf geht's, reingehen. Zieh mich nicht. Wo bin ich? Hallo. Ich bin fast reingehen. Bin fast in die Kiste gelaufen. Ja, wir lassen nochmal alle weiter nach unten. Ich muss mein Stromkabel nur nochmal aufheben, anstatt das da. So. Oh, jetzt kriegen wir nochmal Items. Hey, Likes, da brauchst du eine Lackapille. Ja. Ich weiß nicht, wo ich sie herhabe, aber hier. Ich hab sie. Ja. Licker. Ich. Ich hätt's ja noch essen sollen. Ja, aber ich halb nicht. Nee, dann hätt ich sie ehrlich bekommen. Das ist wahr. Äh, ich kann nirgendwo hier die Schlüssel bisher einsetzen. Ich geh rechts wahrscheinlich. Obwohl, nee. Nee, wenn du den oben nicht einsetzen kannst, kannst du es nicht rechts einsetzen. Rotes Herz irgendwo? Wiste. Nix. Alter, ist ein rotes Herz gewesen, recht. Da ist ein rotes Herz. Plopp. Wartet, okay. Äh, ich könnte natürlich jetzt durch den Boden fallen. Ja, kannst du machen nach Delirium. Oder, nee, es endet direkt da, ne? Ja. Da brauchst du nicht, glaube ich, durch den Boden fallen. Aber ich, wir wollen ja schon, äh, ein potenzielles Item mitnehmen. Aber ich seh halt nix auf dem Boden. Was reicht. Ich dachte, du fällst dann auf die nächste Ebene. Und dann ist der Hand vorbei oder so. Ja, wenn ich, ich kann ja oben bleiben. Ich hab ja Flügel. Oh ja, da ist er. Extreme Gambling. Ja, gönn dir Nefaris. Du hast es verdichtigt. Alter, ein Item. Aber das ist der beste Damage-Multiplayer. Der braucht doch Likes, ja. Ja, aber der Fall soll auch was haben. Okay. Ich hab mich schlecht gefühlt. Ich kann Gamble an den Jungs hier. Ich geb denen meine Schlüssel. Ui. Ich muss eigentlich mit dem Dude in der Mitte gamblen, damit ich mehr rote Räume machen kann. Ja, das wär actually smart. Ist der schon weg? Ne. Rote Räume. Achso. Funktioniert schadellich in dem Raum. Eigentlich schon. Ne, weil das so Wände zum Aufspringen sind. Der Raum wird sogar angezeigt jetzt oben. Ja, ist richtig. Fliege, Likesa. Hab Fliegen-Items. Was? Uh. Beelzebue. Beelzebue. Wie viele Verordnungen hast du jetzt schon? Drei? Beelzebue. Mom. Conjoint. Ja. Alle Fliegen sind freundlich. Yay. Mom's Pearl. Na, danke. Mein Stromkabel. Ja, das ist, glaub ich, eh mittlerweile legal. Alle Fliegen sind freundlich. Alle Fliegen sind freundlich. Äh, hi. Hatte ihr mir keine roten Herzen? Ich hab mein Body. Los. Klau. Holy shit. Das hat nicht geklappt. Ich darf keine roten Herzen-Cortainer haben, ne? Ich kann als Judas nochmal da sein. Ja. Ja, das ist bestimmt dir weich. Das gibt dir halt ein dickes Damage ab, wenn du wiederkommst. Ich glaub mal zwei oder so. Ja, ja. Aber die Unlocks sind doch oft dann für Judas. Ja. Ja. Wär dann halt ein Unlock. Hi, na? Ich hasse diese Feinde. Kann man den töten? Der hört auf zu schießen. Achso, das ist einer, der sich öffnet. Ich kenne den nicht. Hör auf zu schießen geht schwer mit dem Item, wo man für immer schießt. Das ist einer, der sich öffnet. Aber ich hab ein Regenbogenhäufchen. Ja, das wär voll HP gewesen. Ich weiß. Gut. Ich hätte gern so eine Rune, die mich kurz und sterblich macht. Die kann ich öffnen. Stuhl, du kannst dich einfach anschlagen. Du trägst das Insta, dass du im Raum rauswennst. Ja, weißt du, wie schnell ich gehe? I'm sorry. Ich will das gar nicht. Wunderfliegen. Freunde. Freunde, weil wir Belzebub sind. Glaubst du, das musst du nicht jedes Mal dazu sagen? Nicht? Aber meine Freunde, weil ich Belzebub bin, sind wichtig. Das ist Lore. Okay. Fair. Soll es dir nicht eigentlich Bosse geben? Ja. Eigentlich soll es dir viele Bosse geben. Wir sind irgendwie bisher nicht vielen Bosse begegnet. Unser ganzes Ein. Okay, wo willst du schlüsseln? Weiter hier oben weiter bauen. Weiß nicht, was das ist. Ich stelle mich immer weit weg hin und hoffe, dass ich keinen Schaden kriege. Oh, ein Herz. Oh, ein Herz. Okay, tschüss. Oh, ein Herz. Ja. Überall sind Herzen. Wir sind eine liebevolle Gesellschaft. Oh Gott. Oh, ein Herz. Nope. Ich komme mir noch nicht drauf klar, wie du wirklich so ein richtig aggressiver alter Mann aussiehst. Ich bin mir noch nicht drauf. Gambling. Windelball. Okay, dann nicht. Wirst du Windelball haben? Windelball. Wirst du? Können wir in den Kistenraum gehen? Okay. Da waren wir drin. so das war es ja keine kiste aus dem roter raum und stärksten jedem spiel wir haben wir ja wir haben auf all diesen wegen kein boss gefunden es gibt keine bosse wegen beelze bub was passiert hier logik wir das haben wir uns anscheinend nicht okay nicht hier runter ich weiß nicht was ist dieses nefarious will items haben das gibt's nicht optional ja du hast den menschen gegen die sandkarte getauscht oh mein gott das ist sehr gut wie sehen deine schüsse aus ach da fliegen sie ich hab sie nicht erkannt ja es gibt keine bosse die lehrer wird angst was passiert hier auf dieser ebene vielleicht haben wir irgendein item mit dem nur der richtige raum da ist warum auch immer ist aber lach basiert du meinst dass wir weniger items bekommen das wäre sehr schlecht wenn das lag passiert wäre hey to win wir haben gewonnen und was ist happening schlüssel wo schlüssel wir unten rechtseinsätze können oder müssen aufpassen wir können auch doch bei uns land ja das siehst du wenn der raum nicht auf der karte angezeigt wird und das ist der längste an den wir haben let's go ich habe einfach nur ein ziel nicht tot sein am ende ich meine den können wir eigentlich töten den bosse das kann ich dir lieber sein ok richtig ne es gibt bosse es lebt nochmal hat doch gesagt ihr habt mehrere davon spielen denn ein paar ausnehmen los ein paar ausnehmen los op alle ist evil auch mein Gott aufb nehme ich ja bonhards sind halt für dich ja tennis kann er das wenn wir wenigstens ein boss bekommen haben yay vielleicht noch einer das war nicht mehr ich konnte ja nicht in die rio sollen hier auf endlich haben die bosse gefunden sie verstecken sich nur hier in der ecke ist einfach die die krass ist eine komische ebene in dem raum davor auch schon ich habe mir nur nicht angesprochen hier warum nicht die höllenbombe ballern das kann die ihrem seien ja jetzt muss aber echt alle in der anderen ecke versteckt das ist eine sehr komische ebene wer ist hier der nerd nefarious ja 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 ich glaube es irgendwie weg machen dass wir mehr items kriegen doch 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 Doch, 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 doch. Geht noch mal rein. Ich glaube, du setzt das nur um. Toll. Egal. Let's go. Ich dachte vielleicht, wenn der vom Podest gehoben wird, kann er trotzdem was Neues spawnen oder so. War ein guter Try. Das ist eine komische Ebene. Schneller. Ich versuche es. Ich versuche es kann schlüsseln. Aber nur hier runter. Weil nach rechts habe ich Angst. Ach, rechts geht er nicht. Du siehst das auf der Ebene, weil der Raum nicht erheizert ist. Ja, ich habe trotzdem Angst vor Outdoor-Bauen. Sorry, ich möchte den Run nicht kaputt machen. Der Run ist ja nicht kaputt. Dann fängst du die Ebene nochmal an. Ne, dann ist doch der Errorraum, oder nicht? Ja, dann kannst du da raus. Im Normalfall. Also ich glaube, auf der letzten Ebene ist einfach kein... Hier, Dinges. Kann das Delöhle-Jung sein? Kann das Delirium sein? Äh, beides kann beides Delirium sein. Okay. Obwohl, ne, links kann es nicht Delirium sein, weil... Ja. Links, links sind wir rein. Hallo Isaac. Okay, ich gehe mal kurz in die Geisterform. Irgendwie kriege ich ein bisschen Aua. Ich schaff's noch zu sterben. Ja, Sam. Ich verstehe mich gar nicht mehr, was passiert. Warum lebt der überhaupt noch? Katze! Gabi, active. Ich glaube, ich habe Gabi's Brau nicht mehr aufgenommen, aber ihr habt Gabi's Brau aufgenommen. Vielleicht hätte ich doch mit Siegmarschwung aufnehmen sollen. Ja, wird schon werden. Warte, ich will ne... Okay, hat auch nicht geklappt, dass mein Geist aufheben zu lassen und den Raum zu verlassen. Experiment fehlgeschlagen. Ja, wo wollt ihr rein? Ach, da. Sieht gut aus. Hallo, Lam. Ich weiß nicht, was du mit mir willst, aber... Boah, schon wieder denkt man, Alter. Uuh, uuh. Ich lässt sie wieder hin. Zack. Hä? Ich habe noch drei Bücher gehabt. Ich glaube, du hast davor schon drei Bücher, deswegen war ich irritiert. Nö, ich habe noch keine einzige doppelte Träne geschossen. Ja, ja, nee, aber ich meine, du hattest doch mit dem Fragezeichenbuch angefangen. Oder war das nicht bei dem Charakter? Ich sterbe noch. Das ist weird. Ja, ich sterbe auch noch fast, also irgendwie läuft nicht so. Gerade ist doof. Ist doch wirklich chillig. Aua. Ah, mein Lieben wieder. Äh, hier unten war noch ne Kiste zum Öffnen, da können noch 10 Herzen drin sein. Kiste? Kiste. Pille? So. Okay, dann ist das. Bombs-Aki-Pille. Bomb-Aki-Pille. Ein 아니ster Pille, Mann. Bombs-Aki-Pille. Hallo? Lixa kann die nicht aufheben? Ja, ne, fahrtos. Meine Herzen sind gerade wichtiger als deine. I'm sorry. Ich finde es gut, dass Lixx, der sich nicht kontrollieren kann, die Speed-Up-Pille auch ohne zu zögern, runterschluckt. Ihr vor allem likes das seit acht stunden auf max speed aber er nimmt die trotzdem. Ich bin nicht auf max speed. Was haben wir zwei? Jetzt habe ich zwei durch die Pille bekommen. Das war random Zeug oder? Ja. Vier ist jetzt ab, zwei ist jetzt da. Damage runter. So Spaß haben mit Delirium ne? Ja ich hab drei ganze Hits. Vier. Das ist weiße Herz. Ja aber dazwischen ist doch dieses versiffte Herz. Das ist nur ein Hit. Ich fahre mal ein rotes Herz noch auf. Ja genau. Führe ich auf. Die Sun-Karte kann ich noch mal heilen aber ist irgendwie kack mit den Herzen. Okay warum? Ja ein bisschen aber egal. Macht ja auch damage. Ja wir Delirium und haben gewonnen. So. Wenn Delirium also wäre und nicht Power Armor hätte. Hier steht meine Figur. Und die steht da gut. Achso ich muss ja meinen komischen Zielkreis auf den Boss lenken. Kann ich ein Radar haben wo der Boss gerade ist? Alle 5 Power Armor mache ich grad echt viel Damage. Ich glaube man kann irgendwann genug Damage haben um Power Armor zu durchbrechen. Der Boss ist in mir aufgetaucht. Ich will nicht getelefrackt werden. Er hat mich zweimal gehittet. Nee. Nein wir müssen alle überleben. Alle überleben. Hier liegt so viel Geld. Ich weiß nicht mehr wo was ist. Ich musste meine... Ach ich hab ja Tiermünzen. Sonne! Kurze Pause. Ich bin tot. Wir müssen alle überleben. Alle. Ich wurde einfach zweimal getelefrackt in dem Verhältnis. Kann der gar nicht. Hangman ich kann fliegen. Aua. Ich bin schon wieder tot am Ende des Runs. Aber hast du das letzte Mal überlebt? Nein. Der droppt mir jedes Mal ein rotes Herz. Ist so nett. Hast du gerade gefragt. Was war doch mal der letzte Run? Ob ich am letzten Run gelebt habe? Was war doch mal der letzte Run? Ich hab schon wieder vergessen. Wo wir zu 5 gespielt haben. Achso der Höllenrun. Ich find's auch schön. Der Lyrium ist tot und ich leb trotzdem nicht. Ich zähle wahrscheinlich nicht mehr für die Ebene hier. Aber was machen wir hier? Ich hab ne Moonkarte gefunden. Warte, warte. Ich hab ne Idee. Ach du Höllen. Renn mal Likes. Du bist ja 10 mal so schnell. Links runter. 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 Links. Runter. 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 Rechts. Ja. Da lang weiter. Immer weiter geradeaus. Gleich hast du's. Ne, da ist der böse Raum mit den lila Feuern. Das macht mir immer damage. Ok, ok. Ist in Ordnung. Alternative Routen werden akzeptiert von diesem Navi. So, aber ganz wichtig. Lass mich an die Kiste. Äh, nein, nein. Da. Mr. Me. Mr. Me. Let's go Mr. Me. Wo gehst du hin Mr. Me? Er hat eine Münze geholt. Pointy Rip has appeared in the basement. Brittle Bones has appeared. Bound Baby has appeared. Book of the Dead has appeared. Nice. Ah, 4 Unlocks. Schön. Eine Stunde 50 Minuten. Das ist mal ne Folge. Oh, holy shit. So, aber wieso willst du keinen Isaac mehr Solo aufnehmen? Der grummt. Alle Solo werden noch mal länger. Zu dritt teilen wir uns ja alles noch mal auf und rennen noch mehr durch eigentlich, als wenn ich alleine spiele. Soll ich noch was sagen? Ja. Wenn man in den Rerun reingeht, bekommt man alle Items von den drei Charakteren. Auf jeden einzelnen von uns, oder was? Ne, auf den einen Charakter, mit dem man in den Rerun reingeht. Wie in den Rerun reingeht. Ne, du kannst ja, wenn du einen Rerun hast, einen Rerun starten. Ja, aber wie willst du einen Rerun starten? Der Online-Modus ist ja einfach vorbei. Du kannst einfach einen Rerun starten im Menü. Was drücke ich da? Das ist ne Option im Menü. New Run, oder was? Ne, Rerun. Wo denn? Ja, aber es geht doch nur noch Lärm. Wir haben doch, äh, gerade Dings gekillt. Ein Delirium. Ich kann hier New Run drücken und Continuous ausgegraut. Was möchtest du von mir Likes? Was soll ich hier drücken für einen Rerun? Okay, du hast die Option noch nicht, Zombie. Aber es geht. Guck jetzt. Ich hab Rerun, tatsächlich. Warum krieg ich keine Reruns? Auf jeden Fall, das war's mit der Folge. Das war's mit der Folge, ja. Das stimmt. Wie krieg ich Reruns? Schreibt's in die Kommentare, Leute. Das war eure Ausaufgabe. Falls überhaupt jemand noch da ist nach zwei Stunden. Aufwachen. Folge vorbei. Check das nächste YouTube-Video an. Bye. Tschüss. Tschüss. Tschüss.